Ey, ich lad mal die anderen ein, ja? Ja, ey, nice, danke. Ist das scheiße. Ja, was geht, Männer? Alter, wir haben die Augen, Frau, wie laut. Servus, ey, yo, ey. Alter, grüß dich, du Arsch, echt scheiße laut, ey. Sorry. Was macht das Geschäft? Was machen die Kinder? Die Kinder, die sind nicht mehr zu Hause. Die hatten keinen Bock mehr. Wie läuft der am Pump? Die Eisschmiede läuft. Wie läuft die bei dir? Ey, gut, Bruder. Also ich hab letzte Woche leider nicht meine drei Trainings machen können. Dieses überraschte echt von Fabio. Aber ich konnte wenigstens ein Trainings wahrnehmen. Ich musste halt noch in Berlin rausfinden, also bei meiner Mom, also beziehungsweise in Brandenburg, die wohnt ja nicht in Berlin, musste ich rausfinden, wo das nächste Gym ist. Aber ich fahre mindestens einmal und diese Woche geht es wieder weiter mit 3.5. Ja, das hört sich besser an. Ne, manchmal muss man auch einfach Termine wahrnehmen und so, geht ja nicht immer. Bro, der Körper wird geschmiedet. Stark. Ich bin Chris Müde. Oh, Rees, hallo? Ich hab keinen Bock, mit dir privat zu reden, ich rede nur geschäftlich. Also ich rede erst, wenn das Game los geht. Hallo. Ach, Felix, moin. Perfekt, so glücklich bist du da. Ach, geht ab, Alter. Ja, ich hab mein Ultra-Bock gecancelt zu werden, ne? Hä? Ich auch. Wegen South-Tag. Ist das so krass da? Das ist ja ein Spiel. Hallo? Aber du hast ja South-Bock schon mal geguckt. Ja, aber... Ist das neue Game auch so crazy? Das ist ja alles Humor, ne? Das war eigentlich bis jetzt chillig, glaube ich. Ja, ja, also das Game ist chillig. Ich hab mir auch ein bisschen Gameplay angeguckt. Das Game ist chillig, aber was wir draus machen, wird halt witzig. Hoffe ich. Ich erstell mir grad meinen Character. Ah, bist du schon drin? Ja, oder? Ja, also wir können... Ich auch rein. Wir können rein. Ich erstell mir ein bisschen meinen Character so. Gehen wir rein, ein bisschen Character, klar. Habt ihr die Collectors Edition bekommen? Noch nicht. Felix, hast du die Schneekugel auf dem Tisch? Ne, aber ich hab die Mütze auf. Ich hab auch die Mütze. Die ist ultra hart, finde ich. Die ist echt geil. Ich hab grad geguckt, ob ich ein rotes T-Shirt hab. Ich wollte Eric Cartman cosplayen, aber ich finde nichts rotes. Den müsste eher ich cosplayen. Ich weiß nicht, ob ich die Schneekugel vom Tisch räumen soll. Weil ich schon hab die ganze Zeit Angst, dass ich das so runterschubse. Boah, wenn die kaputt, Matt. Wenn das jemand runterfällt, ist dann du. Bro, hat mir der Maul in Farbe. Hä, was denn? Ja, ich stell's mal hier hin. Das Ding ist, an der genau selben Position steht schon mein Stream Award vom letzten Jahr mit Basti. Und die anderen 17? Ne, die hab ich... Ich weiß gar nicht, wo die sind. Die sind gar nicht hier in meinem Raum. Ah, nice. Ja, klar. Weiß ich gar nicht, wo die sind. Die hab ich weggeschüert in den Keller. Ne, ich glaub, die sind im Büro oder so. Ich glaub, die sind echt noch in Lenas Kofferraum oder so. Wo ist der Basti-Pap-Aufsteller? Ich find, die Mütze könnte ein bisschen enger sein unten. Checkst du? Äh, ich weiß nicht. Ich glaub, ich hab einfach einen sehr dicken Schädel. Bei mir ist die richtig nice. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Die Mützen sonst sind ein bisschen enger unten. Ich check. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich check. Aber, Digga, das Collector-Sting ist überheftig. Ja, find ich auch sehr geil. Äh, Männers, wollen wir direkt rein? Ja, let's go. Ich bin in Character-Auswahl schon. Ich stell mir ein richtig, richtiges Opfer zusammen jetzt. Ja, ich bin noch nicht ganz im Game irgendwie stark. Äh, jo, ich bin Latten-Sepp, ja. Ich hab hier 20 Pokale. Keine Ahnung, wo die sind. Hey, Mann, voll fickt ihr Scheiße, Mann. Verdammte Scheiße, Alter. Fickt ihr Scheiße, Mann. Ich bin fucking Eric Hartmann. Ich bin Cartman. Me, shit, show, bitches. Bro, ihr faggt mich jetzt schon so krank. Aber das ist insane. Fick dich und deine Mutter. Wo ist der? Wo ist der? Alter, Übertreibung. Das ist crazy, nachdem du die doch kennst, Bruder. Wo ist der Basti-Pap-Aufsteller? Sag es. Du hast mit meiner Mom zu Hause gependet, legit letzte Woche. Ja, das ist Donowall Nummer 14. Ich frag nicht mehr jetzt. Das geht hart. Ernst sogar. Ja, ja, ich bleib dabei. Ja, ich bleib eher. Es gibt einfach Fortnite-Emotes. Nein! Egal, passt. Bruder, wie ich glänze. Also, aber wir müssen ja miteinander spielen. Was geht denn jetzt ab? Ey, Leute, ich hab gerade... Möchtest du mir kurz das Tutorial-mäßig machen so? Ich hab... Ja, ich glaube. Ja, ich hab auch... Ich glaube, ich hab Dadu-Körner-Stellen. Hä? Alter. Das ist mir auch passiert. Dann hab ich nochmal geändert. Das passiert sehr schnell hier, glaube ich. Bro, fuck. Ich seh aus wie eine Prinzessin. Ich rufe Vampire! Oh, ich hab das auch. Ich hab vier Gegner gefurzt. Was für Bullshit! Vampir? Ach du Scheiße. Der Gegner hat eine Vampir-Krie. Gegner-Bullshit. Feindliche Anführer können während des Kampfes Bullshit-Karten ausspielen, um sich einen unfairen Vorteil zu erschaffen. Können zwar nur wenige Mann eingesetzt werden, aber dafür sehr mächtig sein. Das ist quasi einfach nur unfair. Okay, aber Junge, mein Furz macht so viel Schaden. Okay, Neuling, die Ausbildung ist abgeschlossen. Du hast diesen Typen gut geschlagen. Jetzt kannst du mit deinen Freunden spielen. Ein paar Sekunden später. Ey, Fabo, mach mal eine Furz-Attacke. Digga, ist das für ein riesen Furz, Junge. Guck mal, seinen an, Alter. Der von Ries... Der uns kreit sind doch alle gleich, oder? Ne, deiner ist krasser, glaube ich. Ey, aber bei mir sehen alle gleich aus von euch. Ich glaube, Ingame ist vielleicht anders. Ja, vielleicht. Vielleicht wurden unsere Karten auch wieder weggenommen und das war nur für Tutorials. Das kann auch sein. Das kann ich mir auch echt vorstellen. Ja, ich auch, weil die waren ziemlich OP. Wir hatten halt einen Legendary direkt. Äh, dann an den Tisch, dann müssen wir ready machen, glaube ich. Nein, geil, Alter. Was machen wir überhaupt? Wir bekämpfen die bösen Mächte. Alright. Der Anführer muss... Starksteig. Ich habe gemacht. Müssen wir uns hier hinsetzen? Ne, wir müssen hier in den Kreis. Kommt mit. Wir müssen hier uns hinstellen. Ah, ja. Wir können Runde starten drücken, einfach schon. Wir haben voll verkriegt. Warum konnte Dominik Feuer spucken und shit? Der konnte seinen Stabgrad wechseln. Oh, die Elfen. Ah, okay. Diese Scheiß, Lüdi, ich darf nimmst. Kartenin, wer sind diese Arschlöcher? Das ist meine geheime Armee. Wir greifen an. Wir sehen so scheiße aus. Wie geil. Ah, okay. Was für Arzt? Deine, ja, deine Spione, Kyle. Was? Ist das dein Ernst? Denk daran, dass bei der Bullshit-Prüfung keine Prügeleien erlaubt sind. Das ist heiliger Boden. Ja, mach einfach weiter, Butters. Okay. Jede Spieler legt eine Bullshit-Karte ab, damit wir uns vor dem Kampf auf die Regeln einigen können. Der hat uns halt Arschlöcher genannt. Wir hauen den. Was geht die jetzt ab? Der Regeln ist es mir eine Ehre, den Vorsitz über diese Bullshit-Prüfung zu führen. Beginnt mit eurer Auswahl. Oh, shit. Oh, karten. Haben wir alle die gleichen? Ich glaube nicht. Querschläger, Dolch. Fliegende Dolche, Böses Blut und Mehrfachschuss. Ne, da sind unterschiedliche dann. Doppeltreffer, Mehrfachschuss und fliegende Dolche. Denkt daran, unüblich, also Blau ist halt besser als Grün, ne? Ja, ja, ja. Oh, okay, ich skill auf jeden Fall mal meinen Stab, glaube ich. Shit, eins oder zwei? Ich mach Dolch im Rücken, glaube. Ich glaube, das ist über Arsch, weil man richtig selten von hinten angreift. Der Bogen schießt zwei zusätzliche Pfeile ab, die jeweils 99% weniger Schaden verursachen. Okay, dann nehme ich Böses Blut. Ich nehm Böses Blut. Ich auch, ich auch. Ich könnte auf Range Damage gehen. Ich weiß nicht, ob das immer. Aber ihr müsst danach nochmal eine Karte wählen, also ihr habt nicht so viel Zeit. Nehm Bullshit noch wählen. Okay, ich nehm einfach mal eins. Wir nehmen das. Oh, denke ich hab keine Zeit, fuck. Ich nehm einfach irgendwas, ich hab einfach irgendwas genommen. Ich nehm die nukleare Soße. Freunde, ich geh, glaube ich, full on midi. Ich geh nur auf Schnetzeln. Ich bin range. Ich würde gerne ein bisschen tanky bauen. Okay, haben wir einen Support? Oh, ja. Äh, ich kann Support machen. Bravo! Ne, ne, ich mach, ich mach. Ich mach Support und... Oh, ja, ja. Ey, kriegen wir alle diese Karten? Ne, oder? Ne, ne, ich glaube, ne. Boah, das ist richtig cool gemacht. Das haben die Gegner gemacht, oder? Ja, wir f***en die. Natürlich picken wir die. Das ist meine Ulti. Mach mal nicht, die ist limited, glaube ich. Ja, ja. Ich kann's nicht mehr wegmachen. Ich hab ihn jetzt schon gebloat. Oh, nice. Hoffentlich hat die nur cool da uns. Ja, ja, das wird was. Gigi's. Ist das ein Arschloch, oder? Was macht er? Lasst das. Lasst das. Alle mal abballern. Ey, Männer, ich will ein bisschen langsam... Achso, warte, ich geh mal schnell. Übergeil. Hier ist Klopapier. Klopapier. Boah, wichtig. Wie viel... Also, ist das teamabhängig, oder? Ne, ne, jeder bekommt, jeder bekommt. Ich kann super spät und ich hab auch noch alles bekommen. Ich hab 27, ihr auch, gell? Ne. Ich hab 21. Ich hab 19. 23. Hä, ich bin arm. Okay, fight, fight. Ich glaub, Range ist auch OP, ne? Ich mach mit meinem Feuerstab rein. Mal gucken, wie das so läuft. Ich mach Full-on-Slaughter. Stark. Links, links. Kicken die. Ich furze mal rein. Alter. Ich bin tot, it's crazy. Ich bin tot. Wer von euch hat auch böses Blut genommen? Ich, ich, ich. Hier ist Kiste, hier ist Kiste. Wie ne Kiste. Bei mir, bei mir, bei, was bin ich, 1, I guess? Ja, macht, wie glaubt ihr alle, oder? Ne, ich bin, wir kommen eins, Mann. Ich bin Stark, ich bin Stark. Nevermind. Nevermind. Ah, ich kann furzen. GG's. Aber ihr könnt immer furzen, dann seid ihr... Furz nicht in die Freiheit. Ja, ja. Furz mal dieses Kind nochmal an. Mein kleiner Freund. Ja, warum furzt du die ganzen Kinder an? Was geht hier, Alter? Wähle eine Karte am Tor. Wir müssen hier am Tor... Hier, oder? Hier müssen wir abgelben. Ja. Jeder küss sich selber, ne? Ich hab selten, ich hab selten. Ich hab mehr Damage, wenn ich weniger Leben hab. Pfeile prallen einmal auf. Oh, je geringer die Gesundheit, desto mehr Schaden. Alter, geil. Das nehmen wir. Boah, wenn ich meinen Toten setze, krieg ich die 30% mehr Schaden. Das nehm ich. Okay, hau durch das Tor ab. Hier. Müssen hier wieder rein. Wir müssen alle hier rein, ja. Alter, ich find's ganz bis jetzt. Oh, Bullshit. Gegner, Gegner. Oder? Oh, oh. P-Schuss. P-Schuss. Alter! Aua! Hä, das bin ich? Bro, ich hab jetzt ne Maus. Ich auch. Micro PvP. Hä, rot PvP einfach. Wir sind wieder in Hive. Ich werd gleich gebannt. What the fuck? Oh. Habt ihr auch so einen Würfel, den ihr werft? Wir müssen die rodden. Alles volle Diener. Oh mein Gott. Ey, ey, die machen gut Damage oben. Achtung. Ja, die machen echt viel Damage. Oh, 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 oh. Pace euer Heel, pace euer Heel. Ja, guter Call. Ja. Totem. Oh mein Gott, close one actually. Deutsche World of Warcraft. Actually close one. Hä, müssen wir die mit der Angel abschmeißen? Ja, oder? Ne, du kannst aber links, links gibt's auch, Bro. Ja, du kannst mit deinem Schwerter. Achso. Ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Ja, wir müssen hier bis hin. Alter, ist das krank. Oh, unten ist Schlamm, unten ist Schlamm. Ach du Kacke. Komm, nach Kampf, komm, nach Kampf, komm, nach Kampf. Ja, ja. Ich f*** so kleine Jungen. Ich hab dich wieder tot. Oh, Junge, Schimmer. Äh, in-game. Sorry. Alter, übertreibt direkt. Hier oben, Hilfe. Wirklich, wirklich. Ich hab Tote, ich hab Tote. Hier oben, bin oben. Gott. Boah, die drücken, krass. Stark. Was geht hier ab? Bro, ich hab keine Ahnung, was ich nehmen soll. Was gibt's hier? Ich bin noch in einer kleinen Erklärung drin von der guten Frau. Ah, jetzt kann man umdrehen, jetzt kann man umdrehen. Fülle alle einverbrauchten Bullshit-Einsätze wieder auf. Erhöht die Stufe alle deine Upgrades. Alter, erhöht die Stufe alle deine Upgrade-Karten um eins. Ist doch mega OP. Ja, oder? Glaub auch. Dann sind alle Sachen, die ich habe, besser. Ja, nehm ich. Fuck, mega geil. Ich muss eine Karte opfern, um von den anderen alles hochzuboosten. Okay, ich mach das. Wir haben jetzt 40% mehr Schaden in meinem Totem. Bruder, wo sind wir denn jetzt? Lies die Karte. Ne, ne, das ist die Karte, die ich schon hatte. Die ist jetzt nur besser. Also, weil ich habe so abprallende Pfeile. Und die Abprallung macht halt weniger Damage. Aber durch das Upgrade machen die jetzt wieder mehr Damage. Hä? Cut ziehen? Cut ziehen? Pff, nein! Jäger, wie heißt das nochmal? Was wird eh passiert? Das ist der Dad. Ja, wie heißt der nochmal? Er wollte Klopapier holen. Randy, Randy, genau. Dicker, bei mir fängt erst mal Nachbarn zu groben. Ne, meine Eier werden schon zu Eis. Nice. Elfen, Schatz. Das riecht nach einer Falle. Das riecht nach Kyle. Oh ja, Kyle. Ja, ich kann dir helfen, Kyle ranzukriegen. Hol mich einfach hier raus. Ich gebe dir auch einen Schatz. Nicht sicher, ob ich ihm traue. Aber du darfst das Risiko eingehen. Das könnte eine Falle sein. Ich meine den gnomischen Moloch und fahre ihn durch das Eis. Den was? Du brauchst nur die Schlüssel und Benzin und musst, naja, fahren lernen. Okay. Okay, guck mal, da hinten gibt es Tank und da sind die Schlüssel. Ich hole die Schlüssel. Ich hole den Tank. Okay. Äh, wait, was? Ich schaue mir das Ganze mal an. Okay, ich gehe mal mit Fabo mit. Ich gehe mal mit Fabo mit. Ja, dann komm so mit mir mit, Dominik. Hier gibt es auch überall Klopapier. Hier gibt es auch Klopapier. Ich kann die überall looten. Seid ihr beim Schlüssel? Ey, wartet mal. Hier ist eine Kanonenkugel. Hier ist auch eine Hexe wieder. Ja, die Kanonenkugel können wir noch nicht holen. Doch, doch, doch. Komm mal mit. Fabo hat hier so eine Bowlingkugel gerade gelogen. Ja, ja, das ist die Kanonenkugel. Ich kann die hier reinmachen, stand da vorn. Komm mal mit, Kevin. Oh, hier ist die Tarotfrau. Hier ist die Hexe wieder. Warte, komm ich hier hoch? Ja. Gewährt 100 Klopapier. Guck mal hier, ich kann die laden. Ich lad die da jetzt rein, die Kanonenkugel. Und jetzt? Alter. Schieß mal auf irgendwas Eismäßiges, Digga. Vielleicht da hinten diese Eise, siehst du ganz hinten geradezu? Oh, ja. Warte. Boah, ich level richtig diesen Feuerstab einfach hoch. Oh, mein Gott. Nice, da ist noch eine Kugel. Warte, ich hole die. Ne, das ist die gleiche, nur da ist eine Kiste ist da. Ne, ist eine neue und hier ist eine Kiste. Männer, ihr müsst einmal herkommen, hier ist Kiste. Oh, mein Gott. Infinity Glow Papier Glitch. Hier, guck mal, zack. Oh, das ist ja geil. Zack. Wir können safe nochmal irgendwo drauf schießen, Kevin. Kevin, willst du hier mal drauf schießen? Hast du noch eine Kugel? Hast du noch eine Kugel? Äh, die liegt da wieder, oder? Oder ist die jetzt weg? Ich glaube, wir haben keine Kugel mehr, Bro. Ne, dann scheiß auf. Dann lass den Schlüssel holen jetzt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Geht erstmal zu der Tarotfrau. Okay, wo ist die? Ja, ja, ja. Die ist da quasi bei dem Tank, bei dem Tank. Und dann einfach weiter. Ja, da bin ich gerade, da bin ich gerade. Und dann wo? Äh, ne, du bist ganz woanders, Bro. Bei dem Tank? Ja, also bei dem Tanker, sorry. Bei dem Lastwagen, wo wir am Anfang waren. Bei dem Lasttanker. Yo, ich hab noch eine Kanonenkugel gefunden. Und dann? Gibt's noch was zum kaputtmachen? Und dann hier hinter ist die Frau. Hier hinter versteckt die sich. Da, guck. Ah. Wer? Ich bin umsonst hier draußen. Also da, wo gerade zwei ist, ist die Tarotfrau. Oh, ich kriege einfach 100 Klopapier. Ja. Oder dunkle Materie. Was ist das? Ich check den, es gibt... Äh, wo? Ey, Männer, habt ihr noch irgendwas zum kaputtmachen? Ich hab noch eine Kugel gefunden. Irgendwas muss es noch geben, oder? Äh, schau mal. Setz dich mal selber rein und guck einfach mal. Ja, ich schau mal. Wenn du ganz nach rechts guckst. Wo ist die Frau? Äh, hier rechts. Hinter diesem roten. Du kannst hier, glaub ich, jumpen. Ja, hier geht's. Sag doch mal, das hier. Okay. Okay, lass weitergehen, Männer, oder? Äh, ja, wir müssen noch zum Schlüssel, oder nicht? Lass doch hier treffen bei Schlüssel. Machen wir Schlüssel zuerst? Ja, oder? Jetzt sind wir schon alle hier. Schlüssel, dann Benzin. Boah, noch Klopapier, geil. Jetzt noch Schlüssel. Da wirst du auf Kevin warten. Achso, wir können auch ohne Kevin, ne? Ja, ja. Er wird mitgezogen, ob er will oder nicht. Ja, ja. Ziehen wir ihn aus dem Pull-Mute raus. All right, let's go, Manners. Yes. Let's get it. Äh, Fabo, warst du auch bei der T.O.-Frau? Ja, ja. Boah, das ist ein Jump-Head. Boah, Trampolin, geil. Dann fangen wir die mal, wa? Da liegt der Schlüssel. Ich mach direkt das Totem, da machen wir voll viel mehr Schaden. Junge, wenn ich nachkampf bin, Wonshot, ich die. Mit den Spitfeilenbogen. Echt? Oh mein Gott, die macht Über-Damage. Weil es sind halt drei Pfeile. Warte mal, wie genau? Eigentlich müsste ich full on charge gehen. Hey, oben irgendwo? Der Stab ist das noch nicht. Der ist ein Rot-Kastan, what the fuck? Die schießen da irgendwie mit Öl oder so. Kommt irgendwer hoch? Kommt irgendwer hoch? Ich schweige gerade. Eigentlich müsste ich voll viel, äh, oh mein Gott. Hier ist ein Jump-Head rechts. Oh nein. Oh nein, was jetzt? Gegner? Gegner oder deiner? Oh oh. Blasenschild? Ach du Kacke. Okay, das ist easy. Also nachkampf einfach. Ja. Geil. Dann ist ja mega stark, dass ich alles auf Bogen geskillt habe. Super sick gerade. Oh, ich wurde weggejumped. Oh nein, ich bin alleine, ich bin alleine. Nicht schlimm. Hier, links ist noch einer. Wer schießt da? Ich klote. Diese Voices, hör auf. Nein. Ja, hier bei mir sind noch ganz viele Leute. Bei Felix auch. Ich futz die meiner durch. Boah, Alter, die machen gut damage zu Männer. Ich brauche langsam, äh... Da hinten ist nochmal so eine Frau gleich, wo wir upgraden können. Das war knapp. Au. 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 Kevin, hier unten ist diese Frau wieder. Tod. Äh, ja, ich glaube, zu dir müssen wir gleich, wenn wir fertig sind. Ich mache die Bogenschütze da hinten weg. Ja. Au. Was ist jetzt? Ich habe einen auf den Schultern? Was ist das? Oh mein Gott. Euch kommt die helfen? Warte. Was ist das? Ich habe einen Magnet. Ich habe Kinn-Tot gefunden. Ey, Junge, ich bin fast tot. Hallo. Ich auch. Chipp mal. Halber bitte, halber. Komm her. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich habe geupgradiert. Boah, richtig. Drei Tage später. Habt ihr alles bei beiden Leuten? Ja, ja. Ich war. Das weiter, das weiter. Let's. Klar, das von euch sind gerne gründlich, aber... Ui, ui, ui. Uh. In der Truhe, da ist deine Premium-Karte. 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 Oh. Oh. Legendär. Ey, meine, die eine Karte, die scheiße war, die ich habe, die legendäre, die ist jetzt noch besser geworden. Meine auch, meine auch. Warte mal, was ist denn, wenn man Tab drückt? Das ist die, die ich brauche. Wenn man Tab drückt, hat man neben dem Hefter so Karten. Rechts sind die, die... Ne. Kann ich auch nicht checken. Das sind die, die ihr gepickt habt. Das sind die Bullshit-Karten, ne? Das sind, glaube ich, die, die ihr gepickt habt, ja. Ah, okay. Aber dann würde mir eine fehlen, eigentlich. Boah, das ist so geil. Ey, kommt mal hierher, jetzt ist Klopapier. Wo bist du? Links, direkt beim Eingang. Ey, wo ist jetzt die eine Karte, wo ist jetzt diese Premium-Karte, die wir gerade bekommen haben? Ey, hier ist, glaube ich, auch ein Easter Egg. Nein, nein, nein. Bro, das war ein Upgrade. Das war ein Upgrade. Du hast, äh, es wurde upgegradet, eine Karte. Ah, kann ich nicht... Hier ist irgendwas. Achso. Ja, hier ist Jimmy wieder direkt. Das ist gerade noch so alles so krank, Tutorial hier. Wollen wir zu Jimmy hier? Der ist direkt hier am Anfang. Wo bist du? So dick. Nochmal eine Karte holen. Ähm, bei dir gerade Felix. Achso, hier ist der richtige Weg. Felix ist beim... Ja, ja, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Ey, lass es so machen, dass wenn wir gerade unsere Karten aussehen, dass wir uns einfach kurz muten. Ich glaube, dann ist es ein bisschen weniger chaotic. Ja. Dann achte ich auch. Okay, was machen wir da jetzt, Chat? Ne, ich nehme das. Weil das ist sogar geiler. Weil dann ist meine Range größer. Boah, ich wüsste, was ich richtig geil finden würde noch? Wenn man quasi springt und dann Linksklick macht, dann macht man so eine Hechtkarte. Oh mein Gott, ich bin stuck und werde dann nicht rauskommen. Fände geil, wenn man das in die Richtung macht. Oh mein Gott, doch. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder stuck. Digga, Schabo, was machst du denn, dass du immer stuck bist überall? Naja. Der versucht hier die Grenzen des Games zu testen, Alter. Ähm, ja, lass es abhauen. Lass es abhauen, wenn man stuck ist. Lass es abhauen, genau. Lass es abhauen, genau. Lass es abhauen, dass man das einmal geholfen wird. Okay, ja, lass weitermachen, oder? Ja. Ja. Ja, ich glaube, dies hier nicht. Kann ich was verpaschen? Ne. Hier liegt ein Toter, hier liegt ein Toter. Ein Toter? Eine Leiche? Ne, die leben noch, die reden noch. Hallo? Haut sie kaputt, haut sie kaputt, haut sie kaputt, die Alte! Gangbang, Gangbang! Zombie, Zombie! Da unten ist Kriech. Ja, ist der Ausfall? Ja, f***en wir die Männer. Ja, wir f***en die und dann killen wir die. Oh mein Gott, ich bin halt gleich tot. Ey, die haben so ein Schild. Was machen wir da? Okay, das nehmen die immer gut an. Wenn du dich mit einem scheiß Bogenschutz in der Karte kommst. Ah, okay, jetzt ist Blutung. Okay, das ist Blutung. Es deckt sich einfach hoch mit dem Dolch. Ja. Das ist diese Leiste, die da ist. Das ist richtig viel Qs, man. Alter, das ist so ein Dorn. Okay, ich heile mich quasi mit meiner Q. Oh nein, Bullshit. Okay, die machen Bullshit-Karte. Blasen-Shit schon wieder. Schilder, schilder einfach. Ey, lasst auch mal unsere Bullshit-Karten mal öfters. Ja, aber meine ist nur gut, wenn wir in so einem Massenkampf sind irgendwie. Ich mach direkt mal meine. Jetzt müssten Sachen vom Himmel regnen. Okay, warst du das schon? Boah, hier sind so Tumpeile. Okay, crazy, crazy Ult. Okay. Mann, der Zauberstab ist scheiße, Mann. Ah doch, die kommen immer noch runtergepolen, oder? Ja, 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 die kommen noch. Die Meteoriten, Alter. Alter. Hört mir das an. Der Zaubert halt auch. Ist das eine Ulti von uns? Ja, ja, das ist meine. Man. Ich würde sagen, das ist ganz schön ein Geil-O-Matico gerade von dir. Erhöhe die Stufe alle deiner Upgrade-Karten um eins. Ja, mach ich, oder? Warte, wo hast du die Frau gefunden? Hier rechts. Da, wo ich gerade stehe. Gib mir die Frau. Ich bin auch da. Ist heute Deutschland-Spiel wieder? Ja, um 21 Uhr. Stufe alle Upgrade-Karten um eins. Mach ich auch. Gegen Niederlande. Opfere-Gas-Gleiter. Die winnen wir, oder? Niederlande ist schon gut, aber gegen Frankreich ging auch gut. Deutschland ist aktuell krass. Die Jungen sind doch zurück. Wir sind doch wieder. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. Ey, Chad, oder Freunde, wisst ihr, was dieses dunkle Magie macht? Ne, ne, ne. Wahrscheinlich brauchen wir das später noch für irgendwie. Hm, okay. Oder vielleicht ist es für die Ult. Ja, was man dafür halt machen muss, ist halt echt. Der Kartenaufwand für 100 Magie ist halt nicht fair. Ne, 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 ne. Okay, wir haben alles für den Truck. Ja, lass da hin. Weiter geht's. Ich werde nicht Katapult nehmen sollen. Dieser Jump ist übergeil. Ich glaube, das ist auch das schnellste Bewegungsding, oder? Ja, springen und direkt links klick. Ja, so schneller geht's, glaube ich, nicht. Okay. Wo müssen wir, äh... Wir müssen das irgendwie da reinfriemeln in den Scheiß. Benzin geliefert, Schlüssel nötig. In den Luster. Bring zum Luster in Stark's Teich. Hier ist nochmal so eine To-Frau. Waren wir bei der schon? Ja, ja, waren wir schon. Haben wir den Schlüssel nicht aufgehoben, oder wer hat den Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel gegeben. Ah, ja, ja, pack den rein. Wo denn? Hier, beim Luster. Hier vorne. In den Truck. Irgendwie. In den Truck? Mhm. Schlüssel nötig, um den Luster zu starten. Guck mal. Aber wie, Bro? Mit F halt. An der Tür und dann in den Truck rein. Äh, nee, das geht nicht, Keule. Bist du sicher? Aber ist das der Truck? Warte, warte, warte. Dein Zauberer-König. Jetzt starten. Start den Luster. Let's fucking go. Let's go. Was ist das jetzt? Stark. Bruder, dafür haben wir jetzt Benzin gemacht, auch da aus der Lager jetzt rollt. Das macht gar keinen Sinn. So ein bisschen. Wir hätten es noch schieben können, den Wichser. Das würde auch so gehen, ja. Das ist so. Jetzt rein da. Oh, oh. Okay, aber... Ja, Bro, die haben uns gefliegt. Wie wir da stehen. Gott sei Dank, du hast es geschafft. Du hast mich gerettet. Ich bin schon den ganzen Tag hier gefangen. Ich wäre rausgekommen, aber an der Tür da drüben ist ein Elfenschloss der Stufe 3. Nein, Stufe 3. Ich hab diese Truhe voller Klopapier gefunden. Alle in der Stadt. Gib mir das Papier. Digga, dieses Game ist so rein in dem Shit, Alter. Ich schwöre. So geil. Genau wie der erste Teil. Lütter. Neuling, lass uns nach Kyle suchen. Äh, ja, Kyle, ja. Ich kann dir zeigen, wo er ist. Nehmt ihr jetzt Randy durch? Ja, wir finden jetzt Randy zu vier. Jaja, Gangbang. Richtig schreien in die Löcher. Die Antworten einfach in dir selbst und du findest alle Antworten, die du brauchst. Digga, wir stehen da irgendwie wie rein editiert. Schön saut. Warte, warum hat er da hinten? Hey, der sperrt uns ein. Das war ne Falle, Männer. Trap. Wir wurden gefehlt. Da können wir diesen orangenen Plastikzaun können wir auf gar keinen Fall zerstören. Elfen haben einen Hinterhalt gelegt. Dafür sollen sie büßen, Neuling. Elfen Hinterhalt, ich kann das nicht. Verstärkung! Sie sind auf einer Endhöhe dead. Wow, okay, das war ein geiler Finish. Ja, ich bin tot. Junge, ich fick diese Kinder so. Ja, ich bin tot. Ist das geil. Ich ult jetzt richtig rein hier. Hier ist so ein Megaboss hier. Ich ulte. Ihr habt jetzt Gift um euch rum. Ja, ja, das ist von mir, das ist von mir. Bullshitcard von denen. Viel Schuss. Ich stehe in dem, ich stehe in dem. Oh nein. Oh mein Gott, nein. Oh nein, nicht der geile Bogen. Ich fuhrse. Ja, wir müssen jetzt ganz viel Bullshit. Bro, das ficken nur mich, das ficken nur mich. Junge ist irgendein so ein Baumboss. Digga, was ist dieser Baum hier? Alter, macht der Damage. Ich dachte, wir kämpfen gerade alle gegen den. Hey, ich hab... Was geht's hier? Hä, ich bin versorgen. Ich weiß nicht, was du dir in den Arsch stopfst. Äh, äh, könnte ich auch nochmal... Hä? Hä? Oh, Ansage gegen Philo gerade. Das ist so schön. Digga. Nicht nur auf TikTok, sondern... Oh mein Gott, der Baum fickt mich. Ich weiß nicht, was du dir in den Arsch stopfst, Alter. Nimm da! Ja, der ist da und baumst. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Totem? Alter, megaboost. Alter, du stirbst. Ja, danke. Nicht nur auf TikTok ist krass. Oh mein Gott. Totem bitte, mein lieber Bruder. Was ist hier? Noch ein Netz auf einmal oder so ein Wurm, so ein Drache? Ey, wo? Irgendwie die schreien. Ja, die sind unsiegbare, die Wichser, krass. Wer ist er hier? Stark. Voll scheiße. Voll scheiße. Ey, die Voicester sind geil. Boah. Oh, hier hinten ist doch so noch Dinger, noch Loot. Hä? Mann, wer ist reingegangen? Scheiße, oh Gott. Was denkt der, wer er ist? Bosskampf? Mmm, ein Ruide halt. Einfach, einfach Bosskampf. Ich mach totem in ihn rein, er ist weg. Oh boy. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Oh boy. Oh boy. Bruder, der ist ja voll OP. Ich bin jetzt so eine Stachelei hier. Das mach nicht so viel, David. Das mach nicht so viel, David. Wo ist der Helm? Hä? Ich glaube, mein 30er Hits. Oh, ich kann nichts mehr. Oh, Digga, das ist... Es gibt ein Dumpfett, Männer, diese Letzte. Ich will furzen. Du benutzt diese Furzflucht ziemlich. Boah, man ist so ein langes Stark, wenn der ein... Die Donnen sind hart. Benutzt die Sprungbretter. Bro, ich hör nur die ganze Zeit, was ich immer wieder viel. Ich auch. Ja, Richard, ne? Ja, weil ich die halt attackiere halt, moin. Ey, ich werd die ganze Zeit gefickt. Ich weiß, er ist. Wo ist er hin? Oh, 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 aua. Aua. Okay, wo ist er da unten? Schimmel. Oha, what the fuck? Bastard, Alter. Easy. Der kleine Wichser. Jetzt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt einen Safe oder um Oli zu ziehen? Ja, Safe. Ich mach auf. Das sind die Tote. Oh, fuck. Alter. Drück doch Q, drück Q. Ah, du verlierst, Kyle. Halt's Maul, versack. Ich mach die Meteoriten einfach. Die hitten jetzt über so eine Minute rein. Ey, warte, ich stell tot ihm hier. Dann machen wir mehr damage bei dem. Oh, der Blut... Oh, jetzt hat... Oh, mein Gott. Ja, man steht so langsam auf. Mein Hit ging rein. Oh, ich krieg so viel Schaden. Wo ist er unten? Bro, ich check das mit diesen Stacheln, check ich null. Ist er auch nicht. Boah, das ist heller dank gerade. What the fuck? Ja. Ich seh ihn nicht mal. Bin tot. Ne, er ist tot. Er ist tot. Let's go. Warum auch immer er ist tot. Auch mein Meteoriten vielleicht. Boah, das kann sein. Da liegt er. Wir haben ihn. Ja, geschafft. Lass ihn enthaupten. Bro. Tschüss, der ist zehn. Ich hab heute was gekämpft. Du bist ein Penner. Fick dich, Cartman. Oh, schön. Ey, wir haben auch Schwert und Schild freigeschaltet. Also, wenn jetzt jemand tanken will, dann kannst du auch echt jemand machen. Nein. Mach mal Reddien. Noin. So, so, so. Boah, wir können uns jetzt so geile Sachen kaufen, sag ich. Alter, wie cool wir an dem Tisch da aussehen. So, so, so. Du dachtest, du könntest tun, was du willst, nicht wahr? Du dachtest, du wärst so schlau. Du bist besiegt, Kyle. Und jetzt musst du dich an meine Regeln hier und fast nicht zu behalten. Das sind die Regeln, nicht wahr, euer Ehren? Das sind die Regeln, ja. Nicht du hast mich besiegt, fett Arsch, sondern der Neuling. Wer waren die anderen drei Kinder, mit denen er gespielt hat? Oh, das waren andere Neulinge. Alle denken, sie seien der Neuling, aber du bist der einzige Neuling, der zählt. Stimmt's, Neuling? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, irgendwie wahr. Ja. Warum habt ihr meine Basis angegriffen? Deine Basis angegriffen? Ha? Ha! Leugnest du, dass deine Armee einen Angriff auf unsere verdammte Basis vorbereitet hat? Ja. Was? Sagt wer? Sagt Clyde. Ja. Und du glaubst immer alles, was Clyde sagt? Scheiße, nein, Clyde ist ein Vollidiot. Ja. Leute, wir bereiten uns darauf vor, jemand anderen anzugreifen. Jemand, der meiner Meinung nach eine echte Bedrohung für unsere Stadt ist. Wer? Findet ihr das nicht seltsam? Ein so großer Schneesturm an einem Wochenende? Habt ihr schon einmal sowas gesehen? Was willst du denn mit Sadi-Elf? Das ist unnatürlich, ich glaube. Jemand hat einen endloser Winterzauber, der Stufe 10 gewirkt. Ich kenne auf diese random Dinger immer. Das letzte Spiel ruiniert hat, indem er einer Zeit rückwärts furzte. Ja, das ist schon passiert, ich weiß es. Und wer hat diesen verbotenen Zauber gewirkt? Die Person, die sich die ganze letzte Woche seltsam verhalten hat. Stan. Der Marschwalker? Nein. Stan verhält sich seltsam. Wer war Stan nochmal? Der Dad, oder? Nee, das ist Randy. Außer nächster Gegner. Dann kam der Neuling und störte meinen Plan. Wow, gut gemacht, Neuling. Dan, meine Eier. Okay. Oh man. Dann haben wir keine Wahl. Blaue Mütze. Wir müssen zum Marschwalker Stan und rausfinden, was er verbirgt. Ach jo, der. Ja, 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 doch. Blaue Bommelmütze doch, oder nicht? Ja. Ne geile Maui ist aufs Maul. Ja, ja, ja. Ähm. Lass mal kurz gucken, ob wir hier Sachen kaufen können. Kommt mit. Ja, 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 unbedingt. Ey, es gibt auch neue Kräfte. Leute, furze dich vorwärts, um Gegner anzugreifen und mitzuschleppen. Blasenschild. Ich kann jetzt auch ein Blasenschild machen. Habt ihr das auch? Ja, und es gibt auch noch was anderes. Alright, Stan wird gef***t jetzt. Stanley, Alter. Stan wird gef***t. Und Katzin? Katzin? Alter, wie viele. Katzin kostet. Bro. Das ist Marschwalker Territorium, Cartman. Du gehörst hier nicht her. Ich bin der große Zauberer. Ich gehöre überall hin. Das werden wir sehen. Das ist ja egal, Cartman ist so nur so, ne? Das ist ja egal. Ich hasse Cartman so sehr. Was ist mit diesem Arschloch? Er verwendet verbotene Zaubersprüche. Ich bin der Zauberer. Ich sollte der Einzige sein, der das macht. Warum klären wir zwei das nicht einfach jetzt? Man, Chad, es bringt doch nichts, wenn ihr mir das jetzt reinschreibt. Okay. Mords können wir das auf die Blacklist packen? Haha. Okay, jetzt müssen wir wieder picken. Ja. Dann müssen wir wieder eine Startkarte picken. Ah ja, tu. Gens out, es passiert nichts. Ah, okay. Jetzt ist alles neu. Bei mir ist keine Karte. Ich habe auch keine Karte bei mir. Bei mir steht 30 Sekunden oben, aber passiert nichts. GGs. GGs. Ja, ja, ja. Wir sind gefickt. Oh, Gens out. GGs. Können wir denn hier rausgehen? Nee. Läuft bei euch die Zeit aber ab? Kevin? Ja. Ja, dann lass es vielleicht kurz warten. Na, bro. Das ist crazy. Es hängt einfach. Wir können die Mission neu starten. Nee, aber vielleicht wenn... Achso, wir müssen jetzt auch... Ja, bitte, bitte, bitte. Real Talk, das ist crazy. Wir können gar nichts ausmachen. Äh, ich picke mal kurz was und dann gucken wir. Hier unten ist safe, was ich drop. Das war's komplett. Hier ist die Frau, hier ist die Frau. Geil. Äh, lass erst zu Jimmy gehen, oder? Geil. Wo ist die Frau? Jimmy Jock hat die Garton? Hier unten bei der 4 und 1. Oh ja. Boah, dunkle Materie jetzt mal. Bitte, bitte, bitte. Gib mir was geiles. Warte, sollen wir erst zu Jimmy gehen? Der ist doch auch safe hier irgendwo, oder? Ja, lass... Nee, ja doch, müssen wir, oder? Das ist jetzt eh zu spät. Ja, mach ich das zwar. Man, das ist auf dem Eis so langsam. Das sfakt so ab. Er muss springen. Danke. Springen und Hechten sind ganz wichtig. Ja, wir machen das. Wir gehen auf Uhl... Full... Full... Blutung. Habt ihr Jimmy gefunden? Nee, noch nicht. Der wird wahrscheinlich am Ende wieder campen, oder? Wo ist es denn? Jimmy? Wo ist der Jimmy? Wer hat der Jimmy gesehen? Hallo? Ich glaube ich weiß wo er ist. Hallo? Wo ist Jimmy? Frau Meier? Ich habe den Jimmy letztes Mal an der letzten Raststätte gesehen, das war vor 2 Stunden. Frau Meier, ich verstehe die Aufgabe nicht. Ich glaube ich weiß wo er ist. Frau Schneider muss Ihnen eine ganz schlimme Nachricht überbringen. Wir haben Ihren Sohn, der Jimmy, an der Raststätte verloren in Bulgarien. Schnell bevor du bekommst die Nachricht. Die Klassefahrt findet trotzdem statt. Der Jimmy hat aber noch so 2 Haribo Tüte dabei gehabt, also der wird durchkommen. Ja Jimmy boxt sich durch, gell. Der führte sich den Windu-Speck an und übernachtet da. Ihr kennt ja euer Sohn. Ey hier ist noch mal eine Kiste, kommt mal hier her. Wir haben gesagt Walla verbunden. Der ist hier glaube ich nicht. Lass hier weiter. Ich glaube Jimmy ist hinter dem Tor hier. Ja ich fick nochmal rein. War richtig reingefickt. So Jimmy, du zeigst doch wo bist du. Jimmy! Wo ist Chinny? Alter! Die sind ziemlich heavy glaube ich. Die bluten voll gar nicht irgendwie. Wenn sie vorne blocken, greifst du von hinten? Was ist Fluch? Ich wurde ganz verflucht holy shit. Ey ich mach 0 Damage. Ich bin D-Bar für unser Team. Wir machen alle 0 Damage. Und die machen richtig viel Damage. Ja, ja, ja. Ich ulte, ich ulte. Solange die bluten, sind die One-Hit halt. Ey, denkt mal bitte an euren Heal zu stellen, wenn ihr an welchen habt. Ne, hab geultet. Ich ulte auch, ich ulte auch. Aua, hallo. Hab geultet. Stark. Alter, what the fuck is happening. What the fuck, what the fuck. What the fuck is going on. What the fuck. Aber die treffen uns ne, oder? Das ist kein Friendly Fire. Ne, ne, ne. Der brennt. Der tut brennen. Boah, ne, Alter. Mein Restling ist geil. Alter, machen die Damage. Ja, aber das haben wir. Ich schieß so Blitze, die sich so über Gegner connecten. Junge, es ist so dang. What the fuck. Hier oben, hier oben, hier oben. Ich zünd' die an. Gegner mit Alu von hinten angreifen. Okay. Wie Alu. Hier ist mein Trupp, mein Bot-Trupp. Naja, ich glaub mit der Rüstung, die da waren. Süig. Du hast es geschehen. Aua. Alter, das hat richtig... Schöne. Mal heilen hier. Stark. Schön, schön. Was heißt diese Feueranzeige neben einem? Ey, was sind diese Carpman Dummies? Ja, das ist ein Grenz einfach. Du kriegst Feuerdamage. Einfach überzeugt, glaub ich. Sicher? Mhm. Auch wenn man nicht anstellt, wird man brennen. Oh, hier ist Jimmy der Nuttenknilch. Geil. Bitte gute Carpman. Bitte, Bruder. Ah, die Blase verbrennt Gegner im Inneren. Oh. Bitte, Bruder, bitte. Die Kraft aus dem Inneren. Kennt ihr das von Spongebob? Ach, scheiße. Kenn ich, kenn ich, kenn ich. Ist gut. Ah, nochmal geredet. Danke. Bitte, Jimmy, bitte, bitte. Bitte, Jimmy, schwör mir. Den Tummy muss man richtig oft irgendwie damage'n. Das lohnt Bock gar nicht. Hat jemand noch irgendwo Heal gesehen? Äh, hier, bei mir. Boden. Was? Überall am Boden. Oh, hier liegt noch über viel Scheißpapier. Ja, ja. Du sucht nach Upgrades? Voll geil irgendwie gerade. Hier ist noch Kiste. Tschüss, Alter. Oh, Jimmy hat nicht gegönnt bei mir so richtig. Was denkst du? Naja, aber nicht. Legendär Schildangriff. Alter, Fabo ist in nem Run. Oh mein Gott, guck mal, ich hab keinen Dash mehr. Ich hab keinen Dash mehr. Ich hab jetzt so nen Schildangriff. Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Das ist der beste Skin ever. Oh nee, ne? Kommt ihr? Oh nee, ne? Oh, ey. Wo lauft ihr hin? Klopapier suchen. Ach so. Hier lag voll viel noch. Nein, hier liegt echt viel noch um. Oh, Cartman. Oh nein, was geht hier ab? Du gehst ihm in die Eier, wenn du kannst. Meine Haare glänzen so. Junge, diese Kamerafahrt da, holy shit. Dann haben wir dir nicht helfen, Cartman. Du wirst heute sterben. Was? Was hast du gesagt? Nein. Ich sagte, du wirst heute sterben. Fick dich, du wirst sterben. Was? Ich sagte, fick dich, du wirst. Ah, vergiss es. Lass uns loslegen. Egal. Lass uns loslegen. Das hab ich gesagt. Los geht's. Oha. Yo, yo, yo. Aua. Shit, shit. Bruder, was wirft der da? Yo. Alter. Gänse out. Ha! Die Neulinge sind tot. Eier, moin, G. Wir sind tot, das war's, Jungs. Das war's, Freunde. Nice, G. Gutes Spiel. Danke, THG. Nice, G. Nein, nur, größtenteils tot. Ich kann sie mit meinen Zauberkräften zurückholen. Tape. Äh, ja. Deine Axt hat bloß Durchfall verursacht. Durchfall verursacht nur 99 Schaden. Dann bleibt ein Punkt übrig. Das ist unfair. Hey, ich mach die Regeln. Haben wir uns grad eingeschissen? Vorbei, irgendwie schon. Irgendwie in Schwarz haben wir uns eingeschissen, ja. Schwarze Scheiße. Habt ihr schon mal richtig schwarz gekackt? Nee, nee. Obwohl, doch, ich hatte das auch mal. Ich hatte mal Durchfall und es war Pechschwarz, Alter. Ich hab ne... Ich hab ne schwarz gefärbte Pizza gegessen und dann war meine Scheiße schwarz. Das ist creepy. Das ist creepy, Bro. Hast du dir was einfallen, damit ich Stan schlage? Naja, das gibt eine offizielle... Wait, das war bei Sam, was du schwarz gekackt hast? Ja, ich glaub, einmal hab ich so richtig giftgrün gekackt und einmal... Und meine Pisse war auch fast schwarz. Das ist creepy, Bro. Die war wirklich dunkelbraun. Naja, das ist gestern, das ist gestern, was sie sagen. Hihihihihihi. Mit dem Zauber ist eine Gesundheit auf 100. Alles muss ich selber machen. Und was geht jetzt? Sie müssen jetzt von der Straße weg bleiben. Falls ihr nicht bonesen könnt. Bleibt von der Straße weg. Das ist wirklich korrekt, hier ist noch Loot, hier oben, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wir brauchen echt viel Scheißpapier. Ja. Irgendwie, diese Blutung, wenn die bluten, ist zwar OP, aber man kriegt voll selten hin, dass die bluten. Es ist halt A&G einfach. Ich hab gekotzt. Mich auch, ihr älter, oder? Ja, das passiert manchmal, das kriegen wir auch vorher immer so. Ne, ich mein, äh, nicht, äh, hier. Ja, ja, it's home, bro, say it's home. Man kotzt so schwarz, ne? Ne, pink. Du bei deiner Pizza. Genau. Warum haben diese Babys so viel Leben? Unverschämt. Ein Hurenzug versteckt sich im Schnee! Ja, den fick ich gerade. Boah, ich hab alle getötet. Geil, wichtig. Hm, ich weiß nicht, ob meine Rames doch... Der Neuling ist ein Angsthase. Hier ist so ein Bomberman. Ja! So ein Mörser. Bro, ich glaub, meine... Das, was ich geskillt habe, ist übelst geil. Wenn ich diese Bubble anhabe, dann mach ich so Damage, wenn die neben mir stehen. Stark. Ganz nice. Bleib von der Straße weg. Ich muss irgendwie mehr forsten, dass die bluten. Ey, Jungs, hier unten richtiges Toilettenpapier? Oh mein Gott. Wir werden kämpfen müssen, um voranzukommen. Und hier ist noch mehr. Ey, habt ihr so euren Arsch abgewischt? Und dann ist so das Toilettenpapier so gerissen. Ja, Gänsehaut dann. Alter, ja, ja, ja. Und ihr hattet dann so ein bisschen Klopapier noch im Arsch. Ich hab mal scheiße am Bein gehabt, weil ich springen musste zum HWR, um ein neues Klopapier zu holen. Da war so ein Klop ein Kaka am Bein. Toter geflufft. Ja, das war scheiße. Ey, kennt ihr das, wenn ihr euch so den Arsch abwischt und dann reißt das, so wie bei Kevin? Aber actually dann, also es reißt du die Schutzschicht und auf einmal ist dein blanker Finger am Arschloch. Na, aber das ist halt, ich würde, ich würde mir den, ich würde, keine Ahnung, ich würde einen Tag den nicht benutzen. Ich kann das nicht. Ich hasse Scheiße. Nee, juckt aber. Du warst schon nichts weiter. Ich hasse Scheiße so krass. Kevin kann jetzt nicht sagen, dass es ihn stört, Bro, weil der macht's basically eh schon die ganze Zeit. Was benutzt du denn nicht, Felix? Bro, wenn ich Scheiße am Finger haben würde, Bro. Ich würde den Finger locker 24 Stunden machen. Aber putz doch einfach ab. Bro, Frage, ihr wascht euren Arsch. Macht ihr so mit den Fingern so ein bisschen rein? Hä? Wie? Mit Klopapier oder was? Hä, natürlich. Mit Klopapier? Nein, hä, beim Duschen. Mit dem Finger halt. Oh, mit einem verfickten Waschlappen. Nein, mit so einer Düse halt. Was? Ja, okay, maybe das. Ja, okay, dass man bei dir dann eine Düse braucht, check ich, Favo. Hä? Nein, aber ich meine das mit diesem Duschkopf, Digga. Mit diesem Duschkopf. Ich hab jetzt keine Hydraulikdrüse da in meinem Bad drin. Nein, Bro, das ist ja barbarisch. Digga, Favo hat diese von TikTok, wo die immer so eine Einfahrt so sauber machen. Kennt ihr das? Wo die immer so, da wo die Autos stehen, immer so auf TikTok diese Dinger so sauber machen. Also Kercher. Ja, genau. Die clean das for free, aber machen ein TikTok-Video. So eine, das hab ich. Ja, genau. Genau, das meine ich, ja. Wie seid ihr rübergekommen, Männer? Du hast Leertaste, mit der kannst du springen. Kannst auch furzen sonst. Ja, danke, Doc. Hier gibt's halt so viel Loot, lass mal alles looten hier. Ey, auch nicht nur auf die Dächer. Ey, hier unten ist Überloot. Ja, ja, ja. Geht auch mal runter. So, Papier. Findest du halt Arsch und Waschlappen? Ja, also ein Waschlappen für den Arsch ist überkrank. Was? Du hast einen Arschlappen? Digga, du hast einen scheiß Waschlappen rumliegen, wo dein Arsch die ganze Zeit durchfährt, Alter. Aber wenn dein Finger kurz rein dippt, dann schneidest du den ab, oder was? Ja! Hölle ja! Einmal das Arschluck kurz durchfingern und dann lass das Ding sauber. Und man wird auch noch ein bisschen geil davon. Ey, hier ist eine dunkle Materie richtig viel. Kevin stimuliert halt seine Prostata unter der Dusche. Boah, das ist crazy. Die was? Die Prostata? Ja, das ist krass. Wo ist dunkle Materie da oben? Da, wo ich stehe gerade. Brauchtest du schonmal was im Arsch von jemand anderem? Ja? Hat dich schon mal jemand? Fabo. Ne, du? Wir wissen, ob Fabo geile Arschsachen macht. Ne, nein. Nein, du? Nein, bro. Ich hab übel Angst vor Arsch. Warum? Ja, Arsch ist in No-Pro-Area. Ich glaub, das ist so ein Low-Key-Tick. Also hast du Angst vor Arsch oder vor deinem Arsch, wenn da jemand was macht? Boah, ich hasse Scheiße und Körper. Ich hasse Exkremente einfach. Ja, wer nicht, Digga, aber what the fuck? Ja, du scheinbar, boah, wenn du dir den Finger in den Arsch steckst. Für waschen? Für waschen? Ja, bist du eigentlich schwul oder was? Steckst du den Finger in den Arsch eigentlich oder was? Ey, ganz ehrlich. Das passiert hier gerade. Sie haben das verdammte Katapult zerstört? Wir brauchen das, um rüber zu kommen. Oh, wie bist du hier so Zeugkanzler? Ich bin immer noch am Looten hier und man ist so viel. Ich auch und wir reden nur über Fingermarsch. Ich hab so 300 Toilettenpapier. Ich sag euch ehrlich, ein sauberer Arsch ist wichtig. Ja, aber da musst du ja den ganzen Finger reinstecken. Ich weiß, dass ich in Deutschland geboren bin. Wirklich bei allen möglichen Dingen so. Bin sehr, sehr dankbar und sehr froh. Aber beim Thema Klo und Wasser und los, die Wasser in den Arsch reinspritzen, haben wir so einen dicken L getaked hier. Ja, früher. Bruder, Mann, so in Japan, du wirst geboren, du lebst mit Klos, die putzen deinen Arsch mit Wasser, Seife, die machen Musik oder die machen Sitzheizung, alles. Da muss man aber sagen, wir haben Feuchttücher mit Kamille. Das ist auch gut. Ja, okay, aber die sind eigentlich auch nicht so gut für Kanalisation und so. Man fühlt sich auch schlecht ein bisschen auf denen und so. Hauptsache der Arsch ist frei. Ich glaube, die sind okay. Ich bin tot, 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 halbes. Komm runter und kämpfe. Was? Wie? Was zum Fick machst du gerade? Ich kämpfe. Oh mein Gott, hier gibt's ultra viel. Digga, wir müssen die Gummiteile einsammeln. Seid ihr dumm? Oh ja, true. Hä? Man, ihr habt alle Finger gerade im Arsch oder was? Wirklich? Bring das Kondom zum kaputten Katapult, ja. Ich mach das mal. Alter, okay, ich bin da und oh mein Gott. Ach so. Ne, ich brauche noch eins. Ich bin da, ich bin da. Hab jetzt Abfahrt. Nice. Alle rüber. Digga, das scheiß Katapult funktioniert mit Kondomen. Hier oben gibt's über vier Gegner. Totem. Hier wird einer abgejuust. Alter, wie soll man die down kriegen? Lass die Gegner da ficken und dann killen wir die. Jo. Okay. Geiler Plan. Soll ich Ulti ziehen? Oh nein. Ich glaub wir müssen. Ich glaub wir müssen. Ja, ich mach auch. Connected Stromangriff. Boah, das ist geil. Boah, ich glaub das schaff ich so. Zwei. Du bist wirklich der beste Gegner. Ey, halt mal. Also noch mal hier, wenn ihr habt. Du haltst einfach alle. Du solltest dich sehen. Ich mach meine Ulti später erst. Hey, der ist irgend so großer. Ich breche. Ich muss brechen in game. Na was los großer? Nein. Wichse. Kackfalle. Kackfalle. Nein. Kein Durchfall. Oh nein, wir haben Durchfall. Man, Kevin hat gleich wirklich den Finger im Arsch. Für mir ist alles wie immer. Das macht mir nichts. Ich hab gar keinen Downgrade bekommen. Ich check grad nicht warum ich kotze. Oh mein Gott, ich bin down. Ich kotze auch grad. Ey, red mal. Ich kann dich nicht schneller, Mann. Ey, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ey, hier, hier, hier. Ich bin auch tot. Nein, Reed ist down. Ich bin aber nur noch kalt. Ich bin One-Hit, One-Hit-Wonder. Der Boss hat mich gedingst. Kann ich euch re-wipen? Fabo, Arschloch, wo bist du? Ich kann dir jemanden re-wipen, warte. Ja, ja, ich komm auch. Ich kenn dich hier, hier. Wie geht das? Ich muss hier einfach nur stehen kurz. Boah, shit. Ich kann einfach stehen, aber stehen. Ich bin auch da, bin auch da. Stark. Fabo, ich habe die Energie für dich. Ja, stark. Oh mein Gott. Hier ist so ein fetter Sack. Hey. Hier müssen wir von hinten ficken. Ich mach Strom auf seinen Wix. Ja, der ist unsichtbar. Scheiße! Hier ist nochmal ein Heal-Ding. Oh, ihr habt so viel Leben. Ja, der hat durch viel Leben. Ihr müsst darauf achten, dass ihr immer euren Heal steckt. Der ist down, der ist down. Schön. Boah, ich glaube wir haben es. Wir haben es in Schatz, naja. Geil. Das war geil. Wir müssen zu Jimmy gehen. Ja, ja, hier, Karte wählen. Ja, lass doch bloß. Knecht Ruprecht. Manchmal muss ich sagen, sehe ich noch nicht so ganz durch, was hier gerade überhaupt passiert. No. Ja, viele. Ist ja auch dicker Loot hier unten. Michi. Michi. Das Bier. Michi. 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 Es ist noch ganz. Ihr nehmt dieses Spiel. Das mach ich eben nicht mehr, aber früher bin ich zum Klo gesprintet on streamen. Real talk. Weil ich keine Viewer droppen wollte. Mir waren die Viewer wichtiger als meine Hände und alles andere. Stark. Ich glaube, ich habe auch regelmäßig in meine Hose gepisst, aus Versehen dadurch. Aber content over everything. Oh, das Blasen. Ja, ich bin auch auf Klo manchmal. Alrighty. Oh mein Gott, das ist gut. Oh, hier ist eine Karte hinten bei mir. Eine Upgrade-Karte. Das ist mega scheiße, Bro. HDF? Ja, das ist voll gut. Weiter geht's, ihr scheiß Loser. Ey, hier gibt's Bier! Was? Neuling, meine Marschwalker-Kräfte sind zu stark für dich. Dann wird mein Kumpel Kenny dich eben verprüfen. Bro. Alter, die geile Bitch. Digga. Boah. Was ist denn jetzt los? Date Junju. Hä? Das ist F-Rostkampf. Lass den Gang bang, Alter. Ich fick ihn. Bro, holy shit. Dieser charmante Mistgeil. Hat er grad gesagt, große Titten? Digga, warum redet der grad von großen Titten, Alter? Hat er aber gesagt, dass er stuhle Haare hat? Was geht die ab? Aber wo kommt die Musik her? Ich weiß nicht. Aber die ist übel geil. Das ist ultra der harte Mosfer-Held, Mann. Hololo. Hololo. Ich kenn dich, dieser Hurensohn. Digga, real talk. Verzaubert. Was? Digga, die Musik bockt ja Todes. Oder was geht hier? Wir machen so viel Damage. Ich hab ne Bombe an meinem Kopf. Achtung, hier sind so Bomben. Vorsicht, Bomben. Vorsicht, Bomben. Ist voll geil gemacht, als wär das so. Als wär das so... Er ist so in der Anime. Ja, genau, genau. Und diese Sprechblatt. Ja, ja, ja. Ich bin verzaubert, verflucht. Lot? Lot? Man versteht einfach gar nix, Digga. Oh, das gibt's. Was ist das? Ich denk, Alter, auch ne? Ich hole dich, die hol dich, die. Hab ich auch schon. Kommt sofort. Du bist ein Mattenzahn hier. Aua! Aua! Komm her, Kelly, du wirst jetzt aus dem Arsch. Äh... Aus dem Arsch geflückt. Aus dem Arsch geblutet. Boah. Boah, ich zünde die Nagen, ich zünde die Nagen. Aua, ich brenn, ich brenn. Hilfe, Hilfe. Hier ist tot. Und dem Tote malarm. Nein, easy, überlebt, bro. Oh, alle CDs. Töte den, töte den, töte den. Hab ihn! Easy, Kenny, bro. Kommt die Catch-Race? Kommt die Catch-Race? Post-Champ? Schuunu! So cool, du. Tod. Kenny ist hoch. Tod gefickt. Selbst im Tod. Sie ist wunderschön. Wie du orangenen Butt-Plug. 20 Minuten später. Was hat Wieland eigentlich gemacht? Nichts, das ist einfach sexgeil. Das ist ein sexy-cooler der ganzen Generation. Ich glaube, Wieland ist wirklich sexgeil. Ja, das ist echt. Das war doch sexgeil. Ich glaube, dass du das sagst. Wieland! Cool, Meteore. Und ein paar coole Kontroll-Upgrades. Boah, wir haben doppelt Meteor. Wieland hat... Wieland hat... Wieland hat... Wieland hat... Wieland hat drei Wochen nicht geduscht. Geil. Der Wieland hat so'n schönes Aroma an dir. Aroma! Der Wieland hat so'n schönes Arschloch. Das ist ein bisschen angekruschtet. Wieland, bitte nicht duschen. Bro, what the fuck? Wieland, bitte wasch dich nicht. Wenn du mich liebst, duschst du nie wieder. Ja! Der Arme. Diese Friend-Group ist ein Haufen Scheiße. Lass dich das Tor hier. Wieland, steck mich an! Wieland, steck mich an! Was? F***! In-Game! Ey, das ist okay, wenn wir gerade Soundtrack spielen. Mit deiner sexuellen Anziehung anstecken. Jo-jo-jo-jo. Wieland, treibst du mich aus? Wieland, du beschmeinst hier! Wieland, schieß mich auf! Wieland, schieß mich zu Mount! Oh Gott! Das ist das Scheiße! Wieland, zeigen wir mal, wo der Hammer hängt! Wieland, transportiert! Wieland! Wieland, haben die's dann? Wieland, zeig mir mal, dass du aus Bonn kommst! Alter, das ist irgendwie turbo-radioaktiv hier alles! Ey, ich brenne, ich brenne! Wie dann auch? Ach, wir müssen unseren Körper als menschliche Facken! Mein Herr, wenn ich dich sehe! Das ist crazy! Wir müssen die Sachen hier anzünden! Facky, facky im Plan! Müssen wir das alle machen, oder reicht's mit dir das mal? Ähm, müssen nicht alle machen! Ich glaube, es ist schon im Leben! Aber verdienen wir dadurch Leben, ne? Zünd die Fackeln mit deinem heißen Körper an! Ah ne, wir müssen doch alle machen, oder? Wieland, zünd mich an mit deiner heißen Körper! Ah, fack, wir müssen es doch alle machen! Aber hier könnt ich einfach in meiner letzten Fackel aufladen und dann zu der hinrennen! Doch, oder? Los geht's! Zünd meine an, Arschloch! Und dann kannst du dich löschen! Ich zünde an! Aber dadurch verlierst du kein Leben, ne? Ah, never mind! Das muss nicht jeder machen! Wir müssen das zusammen machen! Ich blute! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Warten! Man verliert dadurch kein Leben, gell? Ne! Was ist denn das hier? Oh, ich glaube die Attacke ist mega, mega Arsch! Oh, hier gibt's wieder Kanonenkugeln! Haltet Ausschau! Oh, das ist aber eigentlich geil, Bro! Diese Saugbombe und dann mache ich da immer meinen Stromblitz rein! Das ist eigentlich ganz stark! Wieland! Ey, ich soll das sagen, für den 20 Monat, du bist da... Kuss! Wieland, hol die Penate, Krieg! Mir geht's besser, ich hoffe die auch! Vielen Dank! Wieland, bitte! Wieland, wenn's noch ne Runde geben soll, brauche ich die Penaten! Wieland streicht mich voll! Ey, hier ist ne Kiste, Jungs! Hier ist ne Kiste! Bro! What the fuck, Alter! Warte, ich muss da was kaputt schießen! Hier ist ne Kiste unter dem Ding! Ey, hier sind richtig viele Wichser! Wieland bestreicht mich mit Glözerin! Was ist ein Fick? Oh, ich hab Upgrade bekommen! Scheiße! Aber wir müssen da ganz hoch! Wir müssen da ganz hoch! Ich bin tot! 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 Jungs, Jungs, Jungs! Ich bin knocked! Ey, what the fuck! What the fuck, man! Ich bin knocked! Hier ist ne Obdachloser Toast! Warte, ich zünde es kurz an, dann hole ich dich! Oh, Scheiße! Eins weniger! Mach weiter! Danke, Boss! Oh, nice! Ich kann nicht hüften, Huren! Aua! Bro, ich fahr aus der Range raus! Möglich ist! Stark! Bullshit! Bullshit! Ich glaube Heilung, mich mitzunehmen, ist nicht der Play! Oh boy! Ne, find ich auch, Bro! Ich find die ganze Zeit drauf! Der Gegner hat eine Bullshit-Karte gespielt! Oder wer zum Fick ist er! Der ist da hoch! Haltet euch fern! Oder sie zermalmen euch! Ja, die Riesen-Neulinge ficken wir auch! Ich hab ein kleines Mädchen getötet gerade im Geld! Hast du noch Filne Schnee denn, Wichser? Komm! Warum erwähnst du das so? Alright! Ich kreuz gerade die ganze Zeit! Mein Gott! Ich brauch ein Upgrade, das sich da unlockt irgendwie! Scheiße! Checkt ihr, dass wir gerade die ganze Zeit kleine Kinder töten? Ja, find ich geil! Hier ist so ein Mädel, hier ist so ein kleines Mädel irgendwie! Digga, Rhys hat mich gerade die ganze Zeit angekläuft! Ne, fehlt der Kleines! Er könnte dich hier stellen, hat irgendwer der seinen... Hier steht bei mir! Nummer 3! Kannst du's bitte öfter stellen? Das war knapp! Kannst versuchen! Wiland Heil, mich voll! Danke, Bro! Hier oben ist noch ein Wichser! Ey, da vorne ist eine Kanone, ne? Das ist, glaub ich, wichtig noch! Hier können wir die noch ficken! Ja, hier bei mir! Hier steht bei 3! Noch nicht, noch nicht, noch nichts! Bin in den Schlamm gefangen! Hunden ist noch einer, den fick ich! Hier ist ein unsichtbarer! Dieser Stier ist so useless leider! Hier steht bei 3! Ja, ist er? Ich wollte den auch erst nehmen, Digga, zum Glück nicht! Der Neuling kann nicht gegen alle kämpfen! Oh fuck! Digga, die haben hier so einen Schurken! So einen Ninja! Man muss hier einen Jump'n'Run machen mit dem Feuer! Das ist Eis krass! Diese Anziehungskraft da! Schön! Ey, diese Bubble ist echt just sick! Ja! Ey, guck mal hier vorne ist eine Kanonenkugel! Es wär noch geil, wenn man was markieren könnte! Das wär echt schon geil! Hier ist eine Kanone und wir bräuchten eine Kanonenkugel, dann können wir da hinten so ein Ding aufmachen! Wie dann? Ja, im Schnee ist eine! Eine Kugel? Ne, ja, eine Gegnerin! Oh, oh! Die schlägt aber! Ich scheiße hier alles voll! Du, was ist es? Oh! 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 Ich geh da jetzt mal hin! Oh! Ich kenn' auch Leute so von der Klippe schießen damit! Jo, macht's gut Jungs! Tschüss! Gott sei Dank noch ein Leuchtfeuer! Och, Dicker! Das war über knapp grad! Alter, ich sterbe! Digga, er wird so gefakt, Junge! Waller? Waller, Dicker! Ey, ich bin tot hier oben! Hilfe! Ich steck hier in der Brüstung! Bist du echt tot? Ich bin tot, tot, tot! Ich noch! GG! Ist Fahrbord geworfen! Ich bin noch! Mann, ich bin hier oben alleine! Was macht ihr da unten? Ihr trollt! Ja, ich fall' wenigstens keine Treppe runter! Wow! Ich bin keine Treppe runtergefallen! Das war eine freiwillige Entscheidung! Das war einfach nur Überscheiße für dir! Oh, dieser Stier ist so Arsch, Alter! Fuck! Ich bestätige, dass die Kraftprobe beendet ist! Fuck! Der Stier ist so ein Dash, oder? Cool! Ja, aber das ist so meint! Die Klokabine, Neuling! Gut gemacht! Du wummst die halt so ein bisschen weg, aber macht keinen Damage so richtig! Ich spiel Loin auf! Ein Kind ist runtergestürzt und verunglückt! Digga, ich fände Loki ein Battle Royale-Game von diesem Ding hier unfassbar hart! Oh, yo, yo, okay! Cool! Oh, ich check's nur meins! Ich hätt' auch mal wieder richtig Bock auf ein Battle Royale, muss ich wild doch sagen! Fortnite, ja! So, das war eine Zeit lang, gab's so, jedes Game hatte Battle Royale, aber langsam hätt' ich da echt Bock! Ey, wir müssen Klokabinen untersuchen, wo sind die denn? Ähm, lass uns mal kurz bisschen loten! Schön gesagt! Oken! Jo, was ein Bummer ist es auf jeden Fall, wenn man scheiß Karten hat! Weil ich bin halt wirklich useless! Ich hab'n Dash und ich kann mich nicht heilen und hab' auch keine Karten, die irgendwie das möglich machen! Ja, ich glaub' aber wir haben auch echt noch nicht so viel gesehen hier gerade! Hier ganz oben ist ne Kiste! Ja, das macht's auch irgendwie geil, find' ich, dass es so ein bisschen... Ah, ein Cheese! Ein bisschen random ist! Ist halt scheiße, wenn du reinkackst in einer Runde, aber... Es macht's halt umso geiler, wenn du halt geile Sachen hast, ne? Ja, ja, nächste Runde wird vielleicht dann wieder krasser und bei mir scheiße oder so! Jo, mein Mufmann ist grad'n Haufen Dogshit! Digga, da hinten ist... Ich hab' ne Bowling-Kugel! Oh mein Gott! Oh ja, wichtig für Kanone! Ihr würdest' die gleich mit runternehmen! Wo ist die Kanone? Da vorne, da unten, ne? Da unten ist sie, ja, ja! Wow! Wie das aussieht mit der Kugel! Steht man hier? Runter! Auf keinen Fall Damage! Ah, hier ist noch ein Upgrade, Jungs! Hier! Jo, hier ist dicke! Ja, das war die erste Kanone-Kugel! Oh! Oh! Mann, aber ich create die ganze... Diese eine Karte, die ich am Anfang bekommen hab' ab, die ist übel scheiße! Warte Mann, wo soll ich jetzt hinschießen? Ähm, lass mal gucken! Ähm... Irgendwo, wo Eis ist! Ähm... Schieß auf meine Uhr! Gänsehaut! Ähm... Ja, ich hol' die Kugel mal raus! Nee, oder? Äh... Also, die ist jetzt hier schon eingeloggt! Ist ja gerade den ganzen Weg getry-hardt nach oben, um dann wieder runterzuspringen! Ja, wir müssen nach unten! What the fuck! Was soll ich denn machen? Hier gibt's nichts mehr zum Aufschießen! Wir suchen die Klokabine, untersuchen Männer! Such mal vielleicht oben, Felix, weißt du! Digga, wer ist näher? Hier sind so Leute! Warte! Ah! Ihr seht auch meine Linie, ne? Ja! Ist grad, wenn ihr mich lotsen müsst! Ja, ja, aber wir sehen ja auch nix! Ja, dann scheiß drauf! Ich mach' beende! Warte, ich guck' auch mal! Boah, sag's doch! Hä? Warten! Warten, Opa! Was dauert da so lange, Herrgott, nochmal? Mano, Mano! Verdammte Scheiße! Stark! Ey, ist das jetzt schon grad' das dritte Kapitel, was wir spielen? Ja, gell? Ich glaube echt, ja! Gibt's insgesamt O4 eigentlich? Schnapp ihn dir, Neuling! Boah, Digga! Wollen wir hier noch ne Prozent-Run aus dem Scheiß? Na, Digga! Digga, Chad! Was ist denn los? Timmy! Jimmy! Oh, upgrade! Upgrade! Komm, bitte! Jetzt mach doch mal was Gutes, Mann! Mehr Klopapier, mehr... Die Bombe bleibt, wo sie ist, sie turniert zehn Prozent! Früher hat er einen größeren Radius! Ja, ist gut, nimmer! Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Uh, ja! Das nehm ich! Hast du das genommen, dass du schneller bist? Ich hab' die Bombe haftet an dir, während sie aktiv ist, bewegst du dich um 80 Prozent schneller! Damit ich quasi die Bombe und renn' durch die Gegner durch oder so! Ich glaub' ich möchte ungeschützten Sex mit dir! Digga! Das können wir einrichten, kein Problem! Fabo, Digga! Was denn? Ich hab' doch gar nichts gesagt! Würde, ernstige mal ne Frage? Nein! Würde ihr Revi ins Gesicht wichsen, wenn er da hinten steht? Achso, ja! Achso, dann nicht! Ich würd' auch von ihm ins Gesicht wichsen lassen, aber nur wenn er sein altes YouTube-Intro dabei subpfeift! Das ist einfach dein Talent! Dann auch! Digga! Ich glaub' ich würd Revi ungeniert ins Gesicht wichsen! Um euch anzuwichsen! Junge, ich finde ungeniert ist so ein starkes Wort! Hot Take! Revi hat grad seinen Schwanz in der Hand! Hier ist was! Fabo ist krass gefangen in so Sprüchen und so was labert der! Oh! Wie ist dieser damals mit diesen Puppen? Kapitel 3! Habt ihr auch Kapitel 3? Ja, ja! Egal, das sieht so clean aus, ne? Wer ist der rechts? Mein Dad! Alter, das sieht so geil aus! Sieht aus wie so ein Knetmännchen, Loki! Ja, ist schon! Du gehörst zu Stans Freunden! Bist du für die Quest hier, die ich ihm gab? Ich sag' dir was! Hilf mir diese Horde zu versorgen! Dann kriegst du genau den gleichen dir wie Stan! Finde einfach ein paar Dinge für mich und ich geb' dir was du willst! Es ist wirklich schrecklich leider! Ja! Was ist das? Aua! Aua! Oh Gott! Habt ihr schon mal geschafft, dass ihr scheißt und die Kackwurst quasi ins Wasser dippt und dann wieder einsaugt? GG, das Wasser mit den weiblichen Zuschauern! Alles klar! Bro, ich hab' gerade mich bedankt, dass so viele zuschauen! Wenn du nicht mit einem scheiß Bogenschutz klarkommst, dann such dir einen Freund, der ist dran! GG! Danke an alle Mädels, die zugeguckt haben bis hierhin! So nice! Ciao, ne? Guten Abend! Sprechtet euch noch ein paar verfickte Freundschaftsbänder! Sorry! Bro, Rüte und die haben jetzt abgeschaltet und gucken jetzt Rezo-Videos! Na toll! Ja, selbst schuld! Ey, wenn ihr Bock habt, schaltet einfach bei mir ein, weil ich müde immer für Loh und so lang! W! Ey, tot, tot! Alter, hat's hier geknallt! Bravo! Die machen so viel Schaden! Der Ballon ist wies! Ja, aber habt ihr oder nicht? Diese dreckigen Scheißkinder, die sollen sich mal heftig ins Arsch ficken! Ins Arsch ficken, Alde! Ins Arsch rein, Dicker! Fick dich in deinen Arsch, Alde! Fick dich in deinen Arsch, Dicker, ey! Dicker, hey, was machst du? Wie redest du? Ich hatte gerade einen kleinen Versprecher! Hupsi! Hupi! Kacki! Ich möchte einfach mal wieder eine weibliche Interaktion haben! Mann, Digga! Ich frage mal wieder Sophia, das ist ihr die einzige... Mann, Digga! Wir labern die ganze Zeit nur Scheiße, Alde! Mit dir war ich Felix! Hallo! 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 Wenn sie vorne blocken... Was denn los, Dicker? Na, war so'n Dicker, Alter! Sportgetränke, oder wat? Schlepp ich jetzt hier den Fass, oder wat? Aua! Dicker Filler... Filler... Filler Kuh heute klar, Alter! Ich check Realtad nicht, wie ich zum Fick nochmal zu euch komme. Ähm... Gibt es gerade ein bisschen brennt das? Joa, das war's eigentlich. Oh, hier sind noch mal ein paar Kinder? Die werden gefickt jetzt? Ey, ihr müsst die Sportgetränke transportieren, versteht ihr das? Nee! Nee! Inhaltlich? Ein Vita-Welt-Dicker, oder was? Was, ein Vita-Welt? Wohin muss ich das denn ganz trocken? Ne Pulle? Äh, da wo das angezeigt wird. Ach, echt? Ja, dann frag doch nicht zu dumm, oder? Halt die Fresse! Ey, hier ist dieser Atze. Ganz ehrlich, Philo, wenn du's nicht bald die Fresse hältst. Bitte hör auf, mich so zu nennen. Ey, wirklich ganz ehrlich. Du heißt halt Philo auf jeder Plattform, was zum Weg, Digga! Wie soll man dich sonst nennen, Hurensohn? Wie soll man dich sonst nennen, Boy? Ja, geil! Abliefern! Stark! Egal! Ey, das ist da auch hier dieses Slurp-Fass! Hier ist die nächste Sache, die du für mich finden musst. Du musst für mich ein paar Lavendeltrockner-Tücher auftreiben! Mann, was will der von uns? Lavendeltrockner-Tücher! In der verfickten Schnee-Apokalypse! Braucht der Mann trockner-Tücher! Aber kennt ihr das, diese Dinger? Da riecht die Wäsche so richtig frisch und so. Lecker! Boah, was laberst du redest man, Alter! Na die Trockner-Tücher, was wir holen sollen für ihn! Was für Trockner-Tücher? Was redest du? Hast du grade zugehört, was wir irgendwie... Ja! Was zum Fick sind Trockner-Tücher? Trockner-Tücher sind so Tücher, die packst du in den Trockner mit rein und dann riecht die Wäsche, wenn die aus dem Trockner rauskommt. Die Story von der Schneestimmel-Tücher sind so Sachen besorgt, was wir gerade machen. Wer benutzt das? Bin ich 40? Keine Ahnung doch! Ich sag das haben nur Leute, die bei sich zuhause auch ein Kobelradio für die Stimme... Ich bin schon wieder tot! Frauke, ich bin schon wieder! Was machst du denn? Dich den Flieger! Alles egal! Oh Gott, verfickt! Gänsehaut! Mach doch Ballon! Fuck, die ficken mich aus! Ich kotze, ich kotze! Ich kotze! Ich kotze! Ich kotze! Oh, wir müssen die retten! Hey, Redzmann, wo bist du? Dig, ihr seid tot! Ich komm, ich komm, ich komm! Alle sind tot! Nicht sterben, Kevin, nicht sterben! Ich, 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 ich kait einfach! Kaita, alles was geht! Lass die Revive, lass einfach Revive! Bitte Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, wir haben kein hier verficktes Elend! Ich hab, wenn ihr mich revivt! Ich spamm eh, ich spamm eh! Ihr steht doch so krass drin! Alter, knallt's hier drin! Ach du Scheiße! Das ist ne Fick-Arasche! Ich stell, ich stell, Junge, Junge, Junge! Alter, hier wird richtig gefickt! Alter, hier wird hier reingefickt! 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 Oh, mein Kuh raus! Oh, mein Kuh raus! Ich glaub, das war's! Was ist das hier? Hier ist so ne Kiste! Ich schlitz die Frau auf hier! Ich hab die Kiste, ich hab die Kiste! Hier ist so ein Sportgetränk! Eigentlich ne Lavendelturm! Oh, die Trocknertücher! Ey, die schießen auf mich! Ich kotze! Ich kotze auch! Oh, Scheiße! Ey, hier sind überall Gegner! Es sind nur noch 100 Meter! Zaaah! Wir müssen mal die von den Dächern holen, Mann! Die fucken uns die ganze Zeit ab! Junge, ihr müsst euch vorstellen, Deutschland war mal an nem Punkt, wo es einfach nen Song gab, wo sind die Gegner, hast du nur noch 100 Meter! Das war einfach nen Song, Bro! Digga, Tony, die Legend! Der ist jetzt irgend so ein Gaston oder so nen Scheiß, der macht jetzt so weinen! Tony, die erste Rapper, der checkt den, dass du... Alter, hier ist jemand mit nem Eishockey-Schläger! Digga, hier ist über viel Alarm auf einmal! Der erste Rapper, der was? Spiel ab hier! Tod, schon wieder! Man, Junge, Fabo, was machst du denn? Mann, ich spiel das Spiel, du Kek! Hier ist ne Upgrade-Karte! Fabo, weh dich nicht so auf, denk an deinem Herzen! Achso, sorry! Ey, mein Bettmann! Sorry! Spiel ab hier! Ich seh' dich! Spiel ab hier! Nein! Au! Ey, lass mal hier den Hockeyspieler ficken! Das Game ist neu, das kam heute raus, ja! Ich würd gern mal nen Hockeyspieler ficken! Kur und zack! Brrr! Es ist für mich ein Spieler schon tot, ey! Schon wieder! Schon wieder! Ich glaube für'n Zuschauer muss Ultra-Dank sein, bro! Die wissen überhaupt gar nicht, was abgeht, die sehen nur Farben und warm! Komm mal zusammen, komm mal zusammen! Was geht denn jetzt ab! Ich würde gerne einen Sound haben, der mir so sagt, ob ich jemanden gekillt habe oder nicht! Ja, ich check! Ich check was ich meins! Ey, ich bin tot! oder hat sich jemand platt gemacht hey bitte man bitte ich kann kommen lassen das ist ein kündig aber jetzt nicht betonen müsst ihr müsst echt nutzen ja so viel schwerer ein junger noch so eine scheiße dicker ich bin tot was für kräse jung hat man in der fresse ja man kommt mal hier rein kommt man hier stehen hier ist das einfach fest gleich den arsch nur gott kann mich richten fick den richter hier sind noch mal so drei huren ja ich bin ich bin ich bin doch doch nicht ich kann laufen ich trage da schon mal jungs ich kippe einfach den fight gleich ich glaube ich sitz schon wieder ich auch nicht ich auch nicht gutes klopapier hab schon wieder sein aber mit der motivation für die wiedergeben post freut mich zu haben und mir geht es gut ich hoffe dir auch vielen dank post post zweiter alles jim pokémon karten richtige natur gewalt Eine Naturkatastrophe? Ja, einen Super-GAU hätte ich gern mal wieder an meinem Arsch. Mann, Digga. Ich ulte, ich ulte, ich ulte. Einen sexuellen Super-GAU würde ich gern mal wieder erleben. Bruder, hast du irgendwie Probleme? Ja, sexuell frustriert bin ich, Fabo. Ich bin, ich bin tot wie du! Fabo, du bist einfach untervögelt. Naja, da hast du vielleicht recht. Ich glaube, das ist nicht mehr gelogen. Fabo, Fabo muss doch wieder zur Normalität gefinkt werden. Bei Besinnung mal. Ist das alles nur noch krank, was wir hier labern? Nein, nein! Achtung, ein Totem! Danni, Dan. Was laberst du? Was laberst du da? Was laberst du mir am Backe? Ich hab die Gym-Pokemon-Karten. Mann, da ist schon wieder der Keg mit dem Eisbock-Hilfe. Ey, Jungs, ich bin schon wieder tot. Nein, bitte! Kannst du alles machen? Ich komme, ich komme! Ich schwöre, ihr zockt dieses Spiel nicht, ihr Opfer. Ihr seid die größten Kegs. Ich war kurz Essen holen, Mann. Achso. Bro, mid-fight, what the fuck? Nein, nein! In der Cutscene, aber ihr seid schon rein. Babascheiß, Babascheiß. Hier gibt's Baba Weed bei mir! Ich hatte auch heute so einen... Wir müssen zuerst die von den Deckern. Ich weiß nicht, was du hier in den... Hey, Jungs, lasst euch Zeit. Das Spiel spielt das Spiel. Bruder, ich bin doch schon da jetzt wirklich, Babo, ganz ehrlich. Ich bin tot! Sind wir keine Brüder mehr? Doch. Oh Gott, doch nicht. Okay, gut. Ja, aber ich bin gestunt. Wir sind alle tot. Wir sind alle tot. 10 HP. Du musst jetzt einen re-vive... Ja, ich schaff's wahrscheinlich nicht. Ich probier's. Aber doch nicht zu Kevin. Ich bin im... Doch, 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 doch. Komm rein, komm rein, komm rein. Wir sind alle... Ja, aber im Schnee sieht mich doch keiner. What the fuck? Du lügst! Du lügst! Halt deine Fresse! Du kotzt? Healt euch hoch und dann kommt zu uns. Jalla. Okay, komm, 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 komm. Wir können uns nicht hoch hier. Keiner von uns hat hier. Könnt ihr zum Schnee move'n? Könnt ihr zum Schnee move'n? Ob du dumm bist? Achso. Hier hin zum Schnee. Man, Fabo, du Hurensohn! Ich trag einfach die Chippo-Mon-Karten weg. Guter, was lavast du? Was machst du, alter? Spielt ihr das Spiel? Lest mal, was wir machen müssen. Lass dich mal checken. Chimpoco-Mon. Ja, genau, ne? Du Kek. Denkt dran, dass ihr, äh, am Schnee, wenn ihr im Schnee seid, im hohen Schnee, nicht angriffen werden könnt. Das heißt, wenn ihr gerest werden müsst, Das check ich mir auch immer, wenn ich Koks ziehe. Aber können die ja nicht reinkommen und Schillen? Nein, können sie nicht. Okay, hast du ja voll dran. Arschloch, Fabo Blas Eier, okay, eh bald Ostern, man, natürlich guckt es nicht, ja, ich sitz schon wieder, ja, ich schätze das Zelt, du hast den Test abgeschlossen, ja, und jetzt, Klobegabine untersuchen, ey, ich werde, ich werde voll geschissen, oh, ich will auch, ich komme, oh mein Gott, geil, geil, vielen Dank, Neuling, vielen Dank für die Hilfe, du bist ja unterfickt, sag mal, könnt ihr die Klo-Kabine hier auch untersuchen, nee, hast du schon gemacht, Bro, oh nice, wieder eine Karte am Tor, wir müssen zum Tor, Männer, was ist das Tor, da hinten, bei Fabo, bei Fabse, ja, beim alten Fabi, Ich sitz schon wieder, dicht in den Fliegen, Was ist hier, was ist hier, Komm, gib mir doch was geiles, Oh, das ist gut eigentlich, du verursachst 50% mehr Schaden, Mein Totem ist 40% schneller beim Reviven, Wenn ihr das nächste Mal Voice-Actor braucht, Braucht, Digga, Wenn ihr War-Actor braucht, wenn ihr War-Actor braucht, Wollt es secure? The Caregole extra, Leute, Whenever Caragole extra, if you want Caragole extra, just Gogol buy now, gettime Caragol extra. Mmm, the Caragole extra taste so good! Diese Butter is so Colonial!! WOW ist das ma keys, Ich doch schon bei warum Ama搞. Mmh, Carragol extra in meinen Arsch! Ich bin ein Eis! Eis! Bin wie ein Eis! Warum du im Keno einen Brenn und Cherries essen solltest? Bro, Soundpark bucht uns nie wieder, wenn da ein richtiges Spiel rauskommt. Real talk, wir kriegen das Placement nicht. Machen wir das richtig gut? Wir kriegen's nicht. Warte, ich krieg Geld? Ich dachte, wir spielen einfach unter vor dem Soundpark jetzt hier ein bisschen. Äh, wir müssen noch rüber. Ja, wo, wo du ne? Ach du... Wollen wir mal... Ich bin ein Eis-Eis-Pinguin, ich bin ein Eis-Eis-Pinguin... Ich schwöre, du hast Probleme. Aber wenn ich dich nicht angucke, hast du Probleme. Ich fick hier oben schon mal ein paar Dinger. Ich will auch. Oh, wo bin ich denn jetzt? Aber du musst mal wieder ficken. Was willst du von mir? Aber sag mal ehrlich, ich war das letzte Mal gefickt. Sag ehrlich. Boah, tschüss. Gab's da schon Euro? War vor der Nacht. War vor der Nacht der Wende. Das war danach tatsächlich. Das letzte Mal gefickt hat, gab's noch D-Mark und da stand die Mauer noch. Da hat Fabio grad das Euro-Starter-Kit bekommen. Als das letzte Mal gefickt hat, gab's noch die D-Mark. Aber auch so richtig stolz. Als das letzte Mal gefickt hat, hat ne Currywurst noch 50 deutsche Pfennig gekostet. Das ist krank. Das ist krank. Digga, ist das dumm, ey. Bullshit! Hey, das war doch hingeben, oder? Ja, ja. Ich wollte es eigentlich so. Das war ich tatsächlich wieder. Digga, diese Carrygold-Psychose gerade hat mich gebrochen, ey. Hey, der ist unbesiegbar. Das ist ne Scheiße. Ich bin ein Eis-Eis-Pinguin. Ich schwöre... Ne, das reicht. Habt ihr heute schon, äh... Nee, ich bin tot. Irgendwer ist tot. Fabio? Ja, wer wohl? Ja, mal wieder GG, Digga. Fabio wirft mal wieder. GG, Digga. Das war's dann ein bisschen wieder. Weißt du, gerade Fabio? Ja... Revive dich doch einmal. Ich schaue, dass du kein Spiel ernst nehmen kannst. Bleib nicht zu lange liegen. Das Geile ist... Während der Front ist Rilo gestorben. Ne. Ey, können wir einmal heilen, bevor wir das zu oft machen? Ja, lass kurz... Ja, lass kurz... Placema. Ich lass so viel Loot liegen, ey. Digga, Placema, Digga. Ich Placema. Ich kann gar nicht, irgendwie. Charma, Digga, Charma, Digga. Habt ihr kein Dings? Ich hab irgendwie kein... Nee, ich hab kein... Angepisst. Ah, juckt dran. Weiter geht's. Am allerallerliebsten ist die Schoko-Christlings. Hahaha. Digga, was war das nochmal? Schoko-Crispys. Digga, kennt ihr diese Werbung noch mit diesen... Mit diesen... Äh... Es sind keine Schoko-Flakes. Es sind Frühstück-Flakes oder so? Es sind Frühstück-Flakes! Digga, das war so ne Scheiße. Es sind kein... Cookie-Crispys! No joke! Ich glaub, das hat mich als Kind so krass verwirrt, dass ich die Scheiße nie gekauft hab. Bro, vor allem diese Witzel sagen Cookie-Crispys. Weil ich wusste am Ende gar nicht mehr, was es ist, Digga. Weißt du, Fick soll denn Frühstück-Flakes sein? Cookie-Crisp, Digga. Die sind aus wie Frühstück-Flakes! Und schmecken auch so. Aber es sind Frühstück-Flakes! Hahaha, Digga! Die Cookie-Crisp's sind mein! So ne Scheiße, die... Die ist der verrührte Dreck-Volf, Alter. Honey-sum-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Honey-loops! Digga! Das war überhartt. Hey, was steht hier? Hey, was steht hier? Ey, was ist hier? Was ist denn hier los? Terrence & Phillip, ne Folge. Hä, Assets of Fire, was geht denn hier? Hier läuft ein Kinofilm. Assets of Fire 2. Assets of Fire 2. Hier läuft ein Film, Jungs. Nach dem großen Erfolg. Von Ersche... Von Ersche auf Feuer 1. Jetzt Ersche auf Feuer 2. Das Geile ist, auch wenn die den ersten Teil wirklich auch schon 1 in den Titel nennen, weil sie schon so confident sind, dass er funktionieren wird. Das ist vielleicht auch ein Marketing-Stat, einfach nur Teil 2 rauszubringen. K1 gibt's gar nicht. Ja, Bro, Legit Metin 2, oder? Legit Metin 2. Ja. Gab's da nie irgendwas davor? Ich glaube, nein. Ich glaube, es gibt kein Metin 1. Der Metin war so geil. Ich hab ja gerade voll geschissen, leider. Sorry. Fuck. Fuck, 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 scheiße. Fucky. Was gab's doch für Cornflake? Ähm... Digga, ich war wirklich... Ey, ohne Witz, ich weiß nicht, ob ihr das direkt gecheckt habt, ob ich ein dummes Kind war, aber ihr könnt doch Leckermolchen, ne? Ja. Und dieses Leckermolchen tut, Leckermolchen gut, ich hab erst spät gecheckt, dass damit gemeint ist, dass Leckermolchen, das Produkt, Leckermolchen den Kindern gut tut. Hä, was? Ja, dir hat's nicht gut getan, Alter. Und die sagen einfach zweimal die... Ich sag, die sagen einfach zweimal das Produkt, also so, Leckermolchen tut, Leckermolchen gut. Checkt ihr? Oder ey, seid ihr ehrlich, ich... Ach sooo... Ach sooo... Digga, warum zum Fick läuft da eigentlich ein Film? Paula mit die Flecken? Die Paula ist ne Kuh, die macht nicht einfach einen Muck. Die macht eben Pudding, der hat Flecken, der hat Flecken, der hat Flecken. Moin, so prim, moin, moin. Ey, hattet ihr auch dieses eidreiche Kind, der immer so jeden Tag diese Exquisa-Käse-Kuchen... Digga, wir sind so gefickt von Werbung, Alter. Das ist crazy. Boah, das ist wirklich... Werbung ist das, was uns so richtig im Kopf geblieben ist. Ja, ja. Bei so vielen Sachen. Aber kennt ihr diese Exquisa-Käse-Käse-Käse? Was ist das bei den Kindern? Alles klar, danke, GG. Ja, Mann, kennt man, hatte keiner. Jetzt weitergehen. Ey, umdrehen, 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 umdrehen! Emo-Frau! Umbringen? Emo-Frau! Emo? Ja. Oh, die soll auf mir rumtraveln? Emo! Ja. Stepp auf mich drauf, Mutti! Gossen, Mutti! Gossen, Mutti, bitte! Ey, wir müssen hier questen erst! Ne geile Gosse ist das! Ey, gibt's noch so ein bisschen Juice? Go! Hier sind überall Chess. Ey. Okay, dunkle Materie erhöht die Seltenheit der Karte statischer Explosionen. Ich hab nur Scheiß-Karten. Hey, hier ist noch ein Jumpin' Run mit einer Kiese. Irgendwie rund? Was gab's noch für Werdung damals? Der, viel zu viel. Es gab noch diesen, ähm, Der neue Tycho Rossi! Er kann springen! Er kann fliegen! Er kann fliegen! Er kann fliegen! Tycho Rossi! Ey, ist das dieses Auto, was auf dem Kopf fahren kann? Er kann auch auf dem Kopf fahren! Wenn er umfällt, kann er weiterfahren! Oh mein Gott! Das war so ein Dreirad und das hatte so einen großen Reifen in der Mitte. Ja! Oh mein Gott! Der neue Tycho Rossi! Er kann fliegen! Er kann boatschen! Ja! Tycho Rossi! Er kann auch über Wasser fahren! Wow! Alter, wir sind so kopfgefickt! Die ganze Firma, die hatten Vote, die hatten Helis, die hatten alles... Ey, ich kann die Frau vom Napper ficken! Tycho Rossi! Jockey Pesiosi! Digga! Spiel mit Pesiosi! Digga! Spiel mit Pesiosi! Digga! Ja, yo, yo, yo! Was haben die da immer gesagt? Weil das haben die nie verstanden! Die Marke hießt irgendwie Jockey... Spiel mit Pesiosi! Ja, du hießt die Marke! Nein, 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 die sagen Spiel mit mit Susi! Nein! Natürlich! Natürlich! Digga! Spiel mit mit Susi! Digga! Nein! Warum denn mit mit? Und warum kommen hier eigentlich Meteore die ganze Zeit runter? Keine Ahnung, Digga! Wir sind stuck! Ey, hier ist ne Bowlingkugel! Wir sind in ner verfickten Schnee! Baby Bomb! Baby Bomb! Ey, ey! Hier ist Kanone! Kanone! Jaja, ich hab die Kugel! Wie seid ihr da hingekommen? Ey, muss er laufen oder was? Keine Ahnung! Ich glaub, Leute kriegen Anfälle von den Zwischen! Ich hab das erste kaputt geschossen! Ey, wir brauchen noch ne Kugel! Wo ist noch das nächste Eis? Ich hab eine! Ich hab eine! Nochmal da ran! Ja, ja! Nur noch ein Treffer! Okay, noch eine! Ich hab auch noch eine! Oh mein Gott! Ich hab noch eine! Ich hab noch eine! Digga, what the fuck! Nochmal eine! Was gab's noch für Werbung, Mann? Es ist noch nicht vorbei, Carmen! Marschwalker zu mir! Alter, geil! Ja, die Barriere ist beseitigt! Und Stan ist der nächste! Vorwärts! Da liegt auch noch eine! Also es wird noch eine gehen! Hier ist ein Jimmy, Dickerchen! Geil, Alter! Was ist denn los? Jimmy, was ist denn los? Oh! Oh! Es gab das, äh… Was zur Hölle? Da die Kraftprobe bestanden wurde, ist deine Plus-10-Axt jetzt größtenteils nutzlos. Moment mal, der Neuling hat jetzt auch die geheime Kraft? Dann bin ich also nicht mehr total OP? Heißt das Kartmann gewinnt? Nicht so ganz. Nimm doch die Klasse 10-Kampfbasis, die du gebaut hast. Du hast verdammt nochmal einen Drachen. Alter. Yo. Ja, stimmt. Okay, Neulinge, jetzt startet ihr. Wer hat einen Drachen? Hä, Schocki Pleziosi, Alter? Hä, ist das ein geiles Spielzeug von Schocki Pleziosi? Ey, man muss, ich weiß direkt, was man machen muss, weil ich ein guter Gamer bin. Man muss mit der Kanone die Sachen abschießen. Ey, ist das neueste Jocki Pleziosi-Piece? Verdammt. Dicker, ist das neu von Jocki Pleziosi, diese Dinger, Alter? Dicker, was für ein geiles Name ist eigentlich Jocki? Können direkt auf ihn zurückgeschossen werden? Lass uns die Kanone in Zeit. Baby-Boar! Baby-Boar! Schocki Pleziosi! Sag mal, was ist denn das eine Dinger, was du hast? Ich sterbe. Hä, wo muss ich draufschießen? Vielleicht macht man die Abwahlern, abschießen, was? Aber worauf? Ey, Jungs, ihr müsst die Kugels einsammeln, ne? Ja, aber wo muss man draufschießen? Wie kriegst du die hoch hier? Hoch hier fördert. Kika! Kikaninchen! Kika! Wie komm ich da hoch, Bro? Aber wir müssen auf Stands chill schießen. Aua! Kein Schwanz! Ab! Bro, das ist echt so tricky gerade. Wie kommt man denn hier hoch? Ich weiß auch nicht, die... Außen rumlaufen! Okay, ich schwöre. Vala? Sag mal Vala. Nö. Nö. Vala. So, du bist Kandidat. Gewinnst du die Runde, bekommst du 100 Euro. Okay, ich mach. Boah, das ist ultra die verwirrende Mission. Schieß drauf. Noch ne Kugel. Aber wir müssen basic immer rein. Einfach reinböllern, die Scheiße, wa? Babybomb, babybomb. Wird's deinen eine Lehre sein? Glaubst du echt, du kannst gewinnen? Schau dich mal um. Schau, was ich gebaut habe. Tozende Flamme. Babybomb, babybomb. Es gab auch irgendwie so ein lindes Patch-Shop-Ding so. Da gab's auch ein Jingle. Bis du ihn zu vollbringst. Was gab's denn noch für Werbung, bro? Was sind noch so Jingle? Wie gesagt, diese eine lindes Patch-Shop-Werbung. Da gab's so einen richtigen Jingle von. Stark. Sie sind süß. Nee. Wie wäre das nochmal? Sie sind süß. Sie sind wunderbar. Sammeln sie. Sammeln sie. Sie sind wunderschön. Viele Philly's, das sind die kleinen, die kleinen süßen Pferde. Davon gibt es keine ganze Herde. Viele Philly gibt es nur zu sehen. Sammeln sie, denn sie sind wunderschön. Bebebebebebe. Ey, ey, Jungs, ich werde gefickt gerade. Ich bin richtig krass gefickt. Nice. Wir brauchen hier bitte. Hier, hier, hier. Steht schon, steht schon. Steht doch, steht doch. Alter. Nochmal stellen, bitte. Aua, 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 aua. Hier, stehen, hier, stehen. Nicht ulti. Stand, stand, stand. Da hat sich gekreist. Hier, steht, hier, steht. Oh, Spieler 1. Geht's wieder? Hab mir Sorgen gemacht. Wir brauchen hier eine Halle. Digga, die größten Huren so ein Kind haben damals. Ulten, 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 ulten. Ich hab geultet. Ulti, kommt, ulti, kommt. Oh mein Gott, fuck. Du kannst nicht gewinnen. Kann ich ulten? Warum kann ich nicht ulten? Ist der weg? Alter, was passiert hier eigentlich? Du wirst mit Kanonkuchen wieder. Sehr geil. Es ist viel zu viel grad. Alter, diese Bossfets sind crazy, denk immer. Warum macht das kein Damage an dem Huren? Eerie auch, eklischer Scheiß. Bro, der ist überstark. Wir haben erst ein Fünftel. Ja, ja, der ist echt krass. Ich schieße mit der Kanonenkugel auf deinen Arsch. Ey, wir können vielleicht in die Kanone rein. Gibt's Kanonenkugeln noch? Fick ihn meinen Arsch, also mit der Kugel. Ich kann nicht auf ihn schießen grad. Warte, warte, warte. Vielleicht kann ich ihn mit der Eastland. Wenn er da ist, kann ich ihn nicht treffen. Ja, sehr stark. Nee, der rennt. Der muss nebenbleiben irgendwie. Gensot. Nee, der hält halt nie an, ne? Wie soll man seinen Arsch ficken? Geht nicht. Könnt ihr ihn nicht einfach abschießen? Nee, nee, nee. Aber nicht. Wenn ich den ehe... Nicht möglich. Ohrstark. Alter, das ist so dang, what the fuck. Digga, der fickt uns. Wenn ihr ulten könnt, ultert, ich ulte. Verdammt, der Scheiß. Boah, ich bin tot. Ja, ich hab auch schon wieder ulti. Spiel 1. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ja, bleib liegen, bleib liegen. Spiel 1. Nee, nee, mein Tod im Video belebt dich. Boah, boah. Und kämpfen um Klopapier. Aber ich habe überall diese Schatztruhen gefunden, die damit gefüllt sind. Die Leute lassen sie einfach an versteckten, aber leicht auffindbaren Orten liegen. Ist das so glücklich aus? Magen ihr mit eurem Scheiß-Eiern da? Und verpugelt uns ein Toilettenpapier genommen. Wir werden reich sein. Der hat nicht jetzt, ich muss meine Fange besiegen. Feinde? Warte, wenn du verlierst, kriegen sie dann unser Toilettenpapier. Oh mein Gott, er feindet mit, er feindet mit, glaube ich. Oh nein. Nein, nein, das ist Phase 2. Ja, wir beginnen jetzt halt einen Familienmord, ne? Nicht schlimm. Dafür stehe ich. Ich würde sagen, klar, was? Bro, die größten Bastardkinder haben damals mit Gormity gespielt. Was ist das nochmal? So eine Scheiße, Gormity, so ein Monster. Bro, er ist so OP, der hätte wirklich so viel. Und so einen Arsch. Stan, du musst dein Leben für das Klopapier opfern. Ich werde von deinem Wort erzählen. Jetzt, mein Sohn, kämpfe bis zu Letzt, kämpfe um die 64er Packung extra weiches Klopapier. Randy sitzt da oben in der Kanone, Digga. Aber der ist irgendwie Nock. Digga, vielleicht ist er stuck in der Kanone, lass mal gucken, ob wir seinen Arsch ficken können. Ja, aber nee, wir haben ihn gleich, lass einfach Stan ficken. Ja, sag ich auch. Ganz recht, ihr kleinen Scheißer. Klappe, Dad. Ja, ja, Stan ist dead, dead buddy. Oh, wir sind verfickte Gottgamer heute. Wir sind verfickte Gottgamer, what the fuck. Auch schwer einfach. Richtig geil, richtig geil. Macht bestellen, was ihr wollt. Aber lasst das Klopapier. Ich wäre reich geworden. Nein, wir leben jetzt. No, nein. Oh. GG. Dead of the Year. Drachentöter, ihr große Axt. Neue Waffe haben wir jetzt. Ja, Mann. Hau dich das vor ab. Enorm riesige Axt. GG's, Alter. Geil, das hat 3 von 5 Kapitel gezogen. Crazy, crazy, crazy. Boah, krank. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Alter. Fanns auch geil. Das war wirklich geil, Skin. Ich glaube, ich würde es nochmal mit richtigen Freunden spielen, aber ansonsten... Bro, was soll das heißen, what the fuck? ... ... ... ARD Text im Auftrag von Funk